Einen wunderschönen guten Abend meine Lieben, wir sind hier bei Gib mal Feuer und zu Gast ist kein anderer als Straßenkochlegende Gio19, Junge, wo ist ein, wo ist ein, wo ist ein, wir lassen hängen, so, ey, ähm, wo soll ich anfangen, Alter, wir haben eben schon, äh, fünf Minuten sind wir ja schon hier, sind uns schon, haben uns schon voll verquatscht, weil ähm, kurz für Leute, die sich denken, so, wie zum Fick finden die beiden zusammen, weil ich bin wirklich so, ich bin so ein halbschwarzer Streber, der so nicht gut rappen kann, aber ein guter Battle-Rapper ist und ein stabiler Comedian und du bist einfach, äh, maximal Straßen-improveder, äh, äh, Koch und hast nur mit so kranken Arzten zu tun, willst du einmal erzählen, warum wir hier zusammen sitzen überhaupt? Erstmal, weil du ein kranker Arzt bist, würde ich sagen, auf deine Weise auf jeden Fall ein Dicker, ich schwöre es dir, ja, man, wir waren doch eine Woche in Frankreich, also für, euch, wir waren eine Woche in Frankreich, was heißt das ja? Und ich mag Leute wie dich, sag dir ehrlich, weil du bist eigentlich, guck mal, 19.19. So. Es ist Feiertag. Ja, 1.9. Du bist ein Dingsmensch, ja, so, du, du, du bist einfach du, dir ist egal, ob man das jetzt mag oder nicht. Ja. So, so, du gibst keinen Fick, so, ich feier sowas, weißt du nicht mehr? Aber safe, das ist so, äh, weil ich denke mir so, ich bin nach Berlin gezogen vor 10 Jahren, dachte mir so, okay, da, meine Klamotten waren noch ein bisschen zu kurz, ich hab noch ein Düsseldorfer Style gehabt und bin dann so in die Battle-Rap-Szene gekommen, hab gesehen, okay, hab da Marvin Game kennengelernt und alle auf Über-Fresh und so und dachte mir so, eieiei, ähm, aber ich hab so viel Liebe bekommen, genau wie auch von dir, weil die, glaub ich, genau das auch gemerkt haben, der verstellt sich nicht. Ja, das ist der Schlüssel, also für mich ist es auch, für mich persönlich auch mein Erfolgsgeheimnis, so, ich hab angefangen meine ersten Kochvideos, da dachte ich doch, ich mach hier irgendwie, äh, Kochvideos für, 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 für die Hausfrau, die die Brigitte liest. Ja. Ja, aber die Hausfrau von heute, die, die twerk zu, äh, 2006, also das würde ich erstmal, erstmal würde ich das, äh, auf jeden Fall, äh, nicht verifizieren, ich würde sagen, das stimmt auf gar keinen Fall, weil die heutige Hausfrau, also Haus, ich weiß nicht, wenn es da draußen Hausfrauen gibt, die twerken, okay, aber du meinst wahrscheinlich die heutigen, äh, Mädels, die einfach kochen, ob die können Kinder haben, weiß ich nicht. Nee, also das ist eine Metapher, im Endeffekt geht's ja nicht mal um die Mädels, ich, ich, ich hol ja Jungs wie mich ab, also Jungs von der Straße auch, also, wie viele haben mir geschrieben, die machen jetzt eine Ausbildung wegen mir, so, weißt du, und, äh, okay, da geht das Herz ab, oder? Ist voll geil, das ist das Schönste. Das ist krass, Alter. Das ist das Schönste. Ich hab mit dir angefangen, das ist heftig. Und egal, auch in welche Stadt ich komme, ich lerne nur Leute von unserem Schlag so mäßig kennen, also, also, halt, keine Ahnung, ich will nicht mal sagen ich, weil ich mach nix, Kriminelles, gar nix. Du, ich hab alles aufgehört, um das... Auch wenn du so aussiehst, aber du hast es mal gemacht wahrscheinlich. Ja, aber, ich hab alles aufgehört, wirklich, ich hab gesagt, ich mach jetzt was Positives, ich hab Schnauze voll von allem. Aber ganz kurz, du wirst übrigens heute, häufiger unterbrochen heute, aber nur wegen Interesse. Das ist normal. Wie, wie, äh, wo bist du groß geworden, Stadtteil? Äh, Starken, Hubsa, da bin ich aufgewachsen. Starken ist, äh, Dingsbums, ist, äh, Spandau. Ja. Okay, da war ich einmal, da war ich einmal, das sah nicht so freundlich aus. Ist auch nicht so, es ist trist, es ist abgefuckt, wieder Alkoholiker. Viele, viel Armut. Okay, aber, äh, weil ich ja wirklich nicht daherkomme, deswegen stelle ich jetzt ein paar Laienfragen, ähm, kommt man dann da rein, weil Kollegen machen, bei mir war es so, Kollegen spielen Fußball, sind auf dem Gymnasium, da mach ich das auch. Abitur mach ich auch, Ausbildung mach ich auch. Und bei dir ist dann, du siehst einfach, Kollegen, keine Ahnung, ticken, machen irgendwie, machen, äh, krumme Scheiße und du machst dann auch. Und denkst dir aber nicht so, hast du keinmal so gedacht, als, bevor du angefangen hast, ist vielleicht auch ein bisschen Risiko, ein bisschen zu gefährlich. Ja, schon so, aber man ist ja, also, man war ja jugendlich und leichtsinnig, ne, ich bin jetzt auch 33, also ich rede von dieser starken Zeit, ich bin da 2004 ausgezogen, nach Charlottenburg, 1,9, ist jetzt auch was ich repräsentiere, mittlerweile habe ich da wirklich mein, Charlottenburg ist 1,9? Ja, genau. Gewusst gar nicht, ja. So, jetzt weißt du. Auf jeden Fall, äh, Reinickendorf ist übrigens, äh, 51. Also ich bin, Playboy 51? Ja, genau. Okay, Reinickendorf. Genau. Reinickendorf, ich weiß nicht, was wir machen, auch wenn jetzt irgendwie so. Mach einfach so. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr macht Reinickendorf. Schreibt es in die Kommentare mit eurem Lieblings. Ja, Playboy, wenn du das siehst, du bist auch herzlich eingeladen, auf jeden Fall. Anjo, ja, mal cooler Typ. Auf jeden Fall, äh, bei, ich kann von mir sprechen, bei mir war das schon so ein bisschen so, was heißt Mitläuferding, aber, also ich war schon immer so der, der kleine Bart Simpson in der Schule so, aber also jetzt nicht hier in, auf, äh, Federtasche klauen, obwohl ich das auch gemacht habe, aber so die, die Mülltonnen anzünden, so weißt du, und dann jeden Tag vorbei, also die Gruppe. Okay, du fängst mit was Kleinem an, als du jung warst, was für mich als Erwachsener nicht vorstellbar ist. Ja, ich würde niemals. Erwachsener ist für mich auch nicht vorstellbar, weil ich den das ausbrenne, aber als Kind siehst du das nicht. Aber ich würde ja niemals eine Mülltonne anzünden, warum macht man sowas? Weil es Spaß macht, also ich fand. Eine Mülltonne brennen sehen macht Spaß. Noch lustiger ist jeden Tag dann, ich rede von den Fetten, ne, nicht so eine kleine, von diesen richtig fetten Plastikdingern mit diesen Schieben, äh, das ist geil, weil du läufst. Aber deswegen können da Leute wie ich dann da keinen Müll mehr reinschmeißen. Das stimmt, aber du siehst dann jeden Tag diese Fett, also nicht Fettflecken, diese Plastikflecken, die auf dem Boden sind, das ist ja dann nur noch ein Fleck Plastik. Das ist dann wie ein Graffiti für euch, oder? Ja, also, ich will es gar nicht gutheißen, macht es nicht nach, wenn ihr über 16 seid, und sonst alles, ja, alles andere kann man doch verstehen. Nee, vollkommen, ey, von 12 bis 16 findet an. Und 16 ist eigentlich schon fast zu alt, so, ich hab das auch mit so 8, 9, 10 gemacht, so. Ey, später macht lieber Geld. Ähm, ey, ich mach Spaß, man zählt doch mit 8 keine, äh, man, professionell, man zählt doch mit 8 keine Mülltonne an. Warum, hab ich doch gemacht, und wir haben, ey, Mann, bei uns war das so. Okay, also, Alltag ist, äh, A, B, C, D, E, F, und dann ist die Schule vorbei, und dann bist du, pfff, ne Mülltonne anzünden. Worauf ich hinaus wollte, Dicker, ist, äh, also, ich hab schon immer so ein bisschen so Scheiße gebaut, ich hab das gemocht und so, aber jetzt diese Sachen, wo ich dann auch schlechtes Gewissen hab oder so, gehabt hab, so, weil ich später... Leute abziehen, sowas? Genau, sowas, äh, es hat mir einige Nächte geraubt, so an, also, durch schlechtes Gewissen. Ja. Und das war so eine Sache, zum Beispiel, ich wurde selber erstmal abgezogen, und wie wird man abgezogen? Also, bei mir war's so, es gab halt Gruppierungen bei mir im Block. Wie alt warst du da? Da war ich 13, da war ich grad auf die Oberschule, da war das, da hat die Kindheit geendet, also... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. So, da, 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 da hab ich verstanden, dass wir im Ghetto leben, für deutsche Verhältnisse. Und davor wusste ich das nicht, da war's einfach mein, meine Umwelt, so, weißt du, aber da hab ich's verstanden. Naja, es gab halt Gruppierungen, deren Ruf ist denen vorausgeeilt, weil die auch schon die halbe Schule abgezogen haben. Kann ja auch so Gangnamen gehabt, oder was? Ja, die hatten auch Gangnamen. Okay, welche Gruppe hat dich abgezogen zuerst? Äh, keine Gruppe, es war nur ein Mitglied, äh, die Gruppe hieß, äh, 73er. Mhm. So, ich war aber gut mit der Hälfte auch, so, weißt du, also, mit einigen war ich gut und ein einziger hat mich abgezogen von denen, ähm, und das, weil deren Ruf denen vorausgeeilt ist, so. Das ging aber Schiss dann. Ich hatte Schiss und ich hab mich dann einfach so, der kam, der wusste, ich bin Beutefehn, weil es einmal passiert ist, der darf sich nie abziehen lassen, der soll niemals durchlaufen. Aber gib mal einen Tipp für jemanden, der sich nicht ab, was macht man? Weglaufen, oder was? Äh, wenn nicht, aber werde ich. Also, auch egal, ob du auf die Fresse kriegst, weil, äh, sonst, äh, musst du das, musst du da durch, oder, also, in meinem Fall, ich wurde dann, ich hab dann dasselbe gemacht, also, ich hab. Aber wie, wie, genau. Komm, du stellst so eine Frage, ey, zeig mal deine Uhr. So? Ja, so mäßig, also, also, ich wurde immer, mir wurde halt so graf abgezogen und Zigaretten und so eine Sachen, Sachen, die ich eh nicht haben durfte als 13-Jähriger. Aber, ohne was, weil, wenn, also, ich stehe jetzt so vor, ich stehe da und lasse mich filzen, so, und, äh, ich hab aber auch nichts gesagt. Ohne was zu sagen, kommen die einfach. Ja, weil's schon einmal passiert ist, dann, die wissen schon, komm mal her, so, komm schon mit so einem Grinsen, äh, und dann stehst du da, so, weißt du, äh, äh, manchmal siehst du ihn schon von Weitem, dann rennst du, aber erst, wenn du um die Ecke bist, weil, damit du nicht weg, also, so, behindert. Ja. Aber mein Tipp ist wirklich, wenn du in so einer Situation bist und in so einem Dings, äh, vor allem, wenn es Alltag ist, äh, Schule oder irgendwas, schlag zurück, äh, schlag zurück. Hey, das ist so eine kranke Welt, ey, das ist ein Paralleluniversum. Ja, aber du musst, du musst, weil, weil sonst hast du das jeden Tag. Es hört sich, äh, vollkommen surreal an, aber auch vollkommen logisch, leider. Ja. Weil, wenn, wenn alles so ist, was willst du machen, du kannst ja nirgendwo hin. Es ist ein Unterschied, wenn du jetzt ein erwachsener Mann bist, jetzt, heutzutage ich als erwachsener Mann, kommen jetzt irgendwie drei Jugendliche mit dem Messer auf mich zu und wollen mich abziehen. Hier, nimm alles, nimm. Ist mir scheißegal, ich weiß nicht mal, ob ich eine Anzeige danach mache. Ich gehe nach Hause und freue mich, dass ich keinen Stich bekommen habe, ich habe niemanden mehr, was zu beweisen. Aber wenn du, äh, als Jugendlicher in einer Gegend aufwächst, äh, und auch Schule und alles, du bist ja jeden Tag mit denselben Leuten und so, du, du musst, weil sonst, sonst hast du jeden Tag diesen Stress, wenn du dich jetzt irgendwo in random in einer fremden Stadt, dann gib ihnen einfach, bevor du irgendwie Stiche kriegst, oder. Ja, aber du darfst in deiner eigenen Hunde nicht zum Opfer werden, oder? Ist, 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 ist unbequem. Am besten machst du das, indem du dich aus allem raushältst, so, weil. Geht das überhaupt? Klar geht das, indem du, wenn die es einmal versuchen, haust du zu, wehrst dich, und danach ist gut, danach musst du ja trotzdem nicht mit denen rumhängen oder auch Scheiße bauen. Die sehen einfach, der ist kein Opfer, es gibt es doch genug zum Abziehen. Ja. Und, weil du sagst, okay, du wurdest zuerst abgezogen, denkst dir dann so, das mache ich mit dem nächsten Bastard auch. Ja, man war halt in dieser Welt, so, das ist, war einfach so, das war so, äh, das war nicht mal aus Haft, das war irgendwie, das war einfach normal. Aber kannst du verstehen, dass jemand wie ich so welt, kommt dir das weltfremd vor, wenn ich hier so sitze und dich frage, äh, über, über, über dieses Universum, weil ich das nie, nie erlebt habe, hört sich das so weltfremd an, sind das, denkst du dir so, ich gerade fragte, du, die mich dafür fragen, oder denkst du dir so, nee, dieses Universum muss man schon den Leuten erklären. Ja, klar, das ist ja eine Parallelgesellschaft, das ist ja eine andere Welt, also, äh, ich verstehe, dass das nicht bei jedem, äh, so ist und für jeden, ich meine, ich kenne ja nicht nur Leute, die so aufgewachsen sind, so, ne, äh, es ist, äh, aber die, die Welt ist so und die existiert, das ist, äh, das ist so krank, das ist so eine kranke Vorstellung, das ist einfach nicht, äh, also, ich kenne das so, äh, für mich ist beweisen müssen, äh, Gymnasium und Sportunterricht. Ja, ich hab gesehen beim Sport, du bist richtig ehrgeizig, du kannst nicht verlieren, du, und wenn du gewinnst, reitest du auch noch richtig drauf rum, so weißt du, aber, aber zum Beispiel, ja, aber egal, wo du herkommst, äh, du kannst auch aus, äh, es ist überall trotzdem gleich auf dem Schulhof, Beispiel, wenn du da, äh, also, muss ja nicht mal Gewalt, aber gehänselt wirst, ja, dann musst du dich auch wehren. Ja, und, äh, es ist, glaube ich, auch nirgendwo, egal, auch wenn du in, 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 in St. Moritz zur Schule gehst, äh, gern gesehen, dass, wenn du gehänselt wirst, direkt zum Lehrer rennst. Ja. So, also, eine gewisse Gegenwehr. Das glaube ich nicht, ich glaube, ich glaube, da ist schon, ich glaube, je besser es den Leuten geht, desto mehr ist Petzen auf jeden Fall. Ja, gern, ja, gern gesehen, bei, bei denen, wo du petzt oder so, aber nicht, äh, also, nicht unter den Schülern, so, auch nicht in St. Moritz, egal, so, also, man muss seine Probleme irgendwie selber regeln, natürlich im besten Fall, äh, durch Kommunikation, ist aber natürlich nicht, äh, möglich, also, doch, ist auch möglich, weil, jemand will dich abziehen, hat dich noch nie abgezogen, du bist noch nicht als Opfer abgestempelt, dann kannst du aber erst mal sagen, nein, geb ich dir nicht, aber erst mal einfach ein Nein sagen, danach musst du gucken, natürlich, wenn dieses Nein, äh, ihm die Zeit gibt, äh, jetzt in seine Tasche zu fassen und irgendwie, äh, ein Messer zu ziehen oder so, und du das Weitern, hau ihn gleich einer rein. Das ist ja, danke, aber wie, wie kann aus dieser, also, das hört sich für mich so wirklich, äh, ich bin ja wirklich ein Streber, das hört sich für mich nach so stumpfer Gewaltscheiße an, wie kann da jemand draus werden, ähm, der einen Businessgedanken hat, der keine krummen Geschäfte mehr macht, das ist doch dann, äh, siehst du selber das auch als Leistung an, also, weißt du, was du für einen Weg gemacht hast? Ja, schon, schon, aber, also, so, so eine Abziehgeschichten zum Beispiel, also, sind ja Sachen, also, wie ich vorhin meinte, dass ich, äh, da auch teilweise nicht gut geschlafen habe, deswegen mit einem schlechten Gewissen, sind Sachen, die habe ich viel früher sein gelassen, so, weil das sind einfach so, das ist, du schadest Menschen, um dich zu bereichern, so, deswegen, also, Drogenverkaufen zählt für mich dann nicht mit rein, weil die Menschen kommen und schaden sich selber, du bist ja gerade, du weißt, ich meine, so, ist was anderes, aber, also, ist auch nicht gut, natürlich, ist auch nicht gut, ne, kommt drauf an, ich sag dir ehrlich, also, ne, 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 Dicker, ist doch ein Markt, so, also, ist nicht gut, natürlich, ne, ist auch nicht gut, ne, ne, aber ich, ich sag's offen und ehrlich, so, also, äh, mir hat das geholfen, tatsächlich, nur Gras, ne, also, verkaufen oder rauchen? Ja, ja, verkaufen, okay, äh, ne, rauchen hat mich eher gebremst, also, das macht einen faulen Nuträger, das feiere ich nicht so, also, ich rauche zwar, aber, du hast dein Business, ich glaube, du und Marvin sind doch die einzigen Kiffer, die ich kenne, die ihr Business voll hinkriegen, die durchgeplant sind, die verlässlich sind, ey, ich hab heute noch gar nicht gekifft, zum Beispiel, ne, also, doch, was rede ich, ich hab heute gekifft, ja, aber, Bruder, ey, ohne Scheiß, das ist lustig, weil eigentlich, ich hätte heute nicht gekifft, das ist nicht die Uhrzeit, ich kiff eigentlich, wenn ich alles erledigt hab, ja, aber ich hatte keine Zigaretten zu Hause, ja, da muss man kiffen, ich hatte noch einen halben Joint von gestern, ja, so, dieser Nikotin, äh, Henszug hat mich einfach diesen halben Joint von gestern rauchen, ist das, nennt man das dann ein Sticky oder ein Jibbit, ist das dann ein Sticky, Jibbit heißt einfach Joint, äh, glaube ich, keine Ahnung, aber ist nicht Sticky so ein Begriff für, ja, Sticky, kleiner, 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 ja, aber warte mal, um, äh, zu diesem, äh, Verkaufenthema zurückzukommen, es ist, meiner Meinung nach, meine Moralvorstellungen, meine Moralvorstellungen sind nicht an, an Gesetze geknüpft, ja, so, ne, das ist wirklich meine eigene, auch nicht an Religion oder so geknüpft, ja, obwohl ich finde, dass, also, alle Religionen irgendwie eigentlich die Grundmoralwerte, äh, also in den Kern, so, ne, die, die Grund, äh, äh, Gebote, äh, eigentlich widerspiegeln, die man, glaube ich, äh, von, von, die du auch in dir hast, obwohl du Atheist. Ich glaube, das ist der Ursprung, das ist der Ursprung von Religion, um Leute so ein bisschen halt, um denen zu sagen, das ist richtig, das ist falsch und dann haben die einfach damals gesagt. Was du eigentlich auch schon weißt, was richtig und falsch ist, äh, du, du verzichtest die Frau von deinem Kumpel, du, äh, äh, klau nicht, ja, so, ne? Eigentlich weiß man, aber die haben sich gedacht, okay, ich fahre mal ein Buch und sagen, Gott hat gesagt. Egal, anderes Thema. Anderes Thema. So, meine Lieben, diese Episode wird gesponsort von Taipan Schmuck. Taipan arbeite ich zusammen seit 2021, bin Maximum zufrieden natürlich, hab vorher auch schon feines Silber gerockt und jetzt natürlich umso mehr und es gibt auf jeden Fall gute Neuigkeiten, denn für die Leute, die generell einfach hauptberuflich kein Geld scheißen oder ein bisschen jünger sind, gibt's jetzt eine Produktlinie, komplett aus Edelstahl, heißt Klassiker wie die Plattenkette, als Armband auch mein Favorite. Die Santorini, auch ebenfalls als Armband erhältlich und mit dem Code GIBMAFEUER20 bekommt jeder von euch 20% auf jedes Edelstahlprodukt und für den Rest des Sortiments, sprich Gold und Silber, mit dem Code GIBMAFEUER10, 10% auf alles. Infos stehen in der Beschreibung und wenn ihr zuschlagt und ich glaube irgendwie ihr werdet zuschlagen, tut mir nur einen Gefallen, vergesst bitte nicht eure Mütter, eure Schwestern, eure Tanten, eure Freundinnen und eure Affären. So meine Lieben, jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Wenn man verkauft, um sich aufzubauen, was zum Beispiel bei mir der Fall war, als ich das gemacht habe, war, das war, ich hatte die Schnauze voll von Arbeit, wollte was Eigenes machen, also musste ich mir Zeit kaufen. Schön, das ist schön, das ist eine leine auch, das wäre eine geile Leine. Ich habe mir Zeit gekauft, ich habe auch nicht im großen Stil, ich habe da meine 20s gemacht, da vielleicht, ich will gar nicht ins Detail gehen, weil sonst will Finan ist ja auch Steuerhälterziehung. Okay. Ich habe im steuerfreien Betrag auf jeden Fall minimalste Gewinne erwirtschaftet, die mich aber zeitlich über Wasser gehalten hat, dass ich nicht irgendwie einen 9-to-5-Job machen muss, der mich von dem abgehalten hat, wo ich im Endeffekt jetzt bin, obwohl ich das hier, diese Kochvideos gestartet habe, wo ich gesagt habe, ich mache nichts mehr. Aber seit wann machst du das? Diese Kochvideos? Ja. Seit 2021. Okay, und was hast du jetzt von, sagen wir mal, 2015 bis 2021 gemacht? Äh, also ich bin Vater geworden, 2016. Wie alt ist dein Kind? Äh, sieben. Okay, 19. Hättest du dir auch ausrechnen können. Hast du die Jahreszahl genannt? 2016 habe ich gerade gesagt. Ah, okay. Scheiße, Streber, guck mal, wie der Streber, Streber ist. Ähm, warte, einen Schluck? Ja, natürlich, einen Schluck. Oh. Habe zu der Zeit auf dem Bau gearbeitet, als ich, äh, fahre. Das war Luft. Ja, ja. Also ich war auch voll so in den Monos, auch, ich mache nichts Kriminelles. Äh, ich bin Vater jetzt und so und, äh, acker jetzt für 1-1 auf dem Bau und in drei Jahren habe ich meine 1-4. Äh, und wenn ich richtig durchziehe, so dann mit 50 oder so, dann verdiene ich auch meine 2. Ich habe wirklich das, ich habe daran geglaubt. Ist nicht voll schwierig, Alter? Bruder, ich habe... Wenn du vorher gemerkt hast, wie leicht das Geld kommt und dann... Nee, aber ich doch, davor, ich habe, äh, meine, meine kriminellen Scheiße, die ich oder so gemacht habe, ich habe nicht Geld gemacht, ich war einfach nur behindert. Äh, so dieses Abziehen, okay, damals, ich habe den Leuten ihr Gras weggenommen, ihre Zigaretten, vielleicht mal ein Handy, okay, hast du 200 Euro gehabt. Also, aber, äh, ich habe nie viel Geld gemacht. Deswegen waren diese 1-4, äh, und so noch, äh, so, so, das war noch so eine Perspektive. Aber hast du irgendwann mal so ein, hast du irgendwann, weil wenn, du wurdest jetzt mal abgezogen, dann ziehst du selber ab, hast dann irgendwann selber auch so einen Ruf, hieß es irgendwann mal so, ey, guck mal, das ist der Gio, mach mal lieber nicht, der ist... Naja, also, schon, aber, äh, kommt drauf an, also, der Ruf ist ja, ist ja, äh, die Staffel sicher. Ja, klar. Äh, äh, für, 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 gibt es genug Leute, für die war ich Opfer, ein Opfer trotzdem, für die, für die wirklich krassen, so, wir waren kleine Terror-Kinder, die Scheiße gebaut haben, Leuten, äh, irgendwie, äh, also, abgezogen haben für, keine Ahnung, 15 Euro, was er hatte oder so, äh, aber, was ist in Relation, wenn... Aber das habe ich immer gefragt, wie entstehen solche Ranglisten, wer am meisten Kohl damit erwirtschaftet, wer am, in meinem Kopf ist es so, wer ist am Skrupulo, also, wer, wer, wer gibt einen Fick auf gar nichts, wer macht das im großen Stil, weil, nach dem Motto, im Endeffekt ist ja nicht so, der Stärkste ist an der Spitze, sondern wahrscheinlich der Ab, der Skrupellos ist oder nicht, der vor nichts Angst hat, oder wer ist der? Ja, äh, sowohl als auch so die, äh, meistens auch Gruppierungssache, so, also, es ist nicht so, es gibt natürlich auch krasse Einzelpersonen, so, aber, also, es ist ein Unterschied von der Zeit, von der ich rede, wir waren Jugendliche. Ja. So, was, was Respekt und so bedeutet, wussten wir nicht. Okay. So, weißt du, also, und jetzt so bei, äh, größeren Sachen, da, was soll ich da großartig mitreden, ich bin nicht in irgendwelche Strukturen involviert oder so. Ja. Aber ich denke, unter Erwachsenen, äh, ist in erster Linie vor allem auch Respekt, sehr wichtig. Natürlich sollst du sein, safe. So, nee. Aber haben da nicht irgendjemanden auch zu dir gesagt, ey, Gio, ganz ehrlich, Alter, du gehst jetzt auf den Bau für eins, eins, du könntest jetzt, halt theoretisch könntest du bei uns sein, du bist ein guter Mann. Ähm, nee, das kommt tatsächlich, äh, später, das kommt später, als ich, äh, aufgehört habe, mir Scheiße zu bauen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen meine Freundeskreise so ein bisschen, äh, ein bisschen gewechselt. Also dann eine bewusste Entscheidung. Ja. Also egal, was du gemacht hast, sorry, egal, was du gemacht hast, egal, was du konsumiert hast oder was du Scheiße gebaut hast, irgendwann warst du ja, irgendwann ist man immer mit sich selber alleine. Das heißt, du musst dir irgendwann gedacht haben, Dicker, so geht das nicht weiter, ich mache jetzt, ich versuche jetzt so und so in die Richtung. Ja, ja. Der Gedanke muss der Stadt gefunden haben. Ja, klar. Ja. Das war genau so, also, äh, was hat es ausgelöst? Ich war, ich laufe mit meinem Sohn und irgendwelche Kunden sagen, äh, hast später mal Zeit. Hm, Kind, okay. So, und ich denke mir, Dicker, äh, so, und ich bin mit ihm, so, und die, die kennen ja auch, mein, das ist ja, Neighborhood, man kennt sich, weißt du, aber so, dann habt doch diesen Anstand, äh, dann, du hast meine Telefonnummer, dann musst du neben meinem Sohn, äh, noch so, hä, hast später mal Zeit, so. Ja, ja. Nee, hab ich nicht. Und das war so der Moment, wo du dachtest, okay, ich muss, ich muss was Straightes machen. Das ist doch nicht gut, so, weil so. Das ist Katastrophe, Alter. Ja, so, weißt du, aber, äh, Mittel zum Zweck gewesen eine Zeit lang und war, äh, dementsprechend bereue ich's nicht. Ja. So, aber würd's auch nicht wieder machen, so, also, nicht unter den Umständen. Aber hast du, ähm, hast du denn dieses, äh, weil ich hab eben Comedian hier gehabt, zum Beispiel, ähm, Podcast mitgemacht, dieses, jeder hat ja so für seine, Kochen ist ja offensichtlich deine, deine Leidenschaft, deine Passion, so, und Todes Talent natürlich auch mit dem ganzen, äh, Vermarktungstalent und mit diesem, äh, sag ich mal so, mit dem Ding, was du einfach in die Wiege bekommen hast, mit dem, wie du halt, äh, rüberkommst, was, was deine Art ist, so. Also, wann hast du diesen Moment gehabt, wo du dachtest, so, äh, okay, ich glaub, ich glaub, das ist, irgendwie feier ich das, weil, der, die, für mich ist der Spagat super groß von, ähm, Leute abziehen, äh, kleinkriminell sein, äh, Bau, kochen. Ja, ich... Die Brücke ist hart. Ja, die ist eigentlich gar nicht so hart, weil, ähm, ich wollte schon immer Koch werden, auch, als ich Leute abgezogen habe. Shit. So, ne, also, äh, äh, gerappt habe ich noch mal. Aber warum kam das her? Äh, die Leidenschaft fürs Essen, ich glaub, über meinen Vater, ja, also, der ist Kellner, immer noch im selben Restaurant, schon bevor ich geboren wurde, ist ja, also, der ist locker 35 Jahre im selben Restaurant, so, ja, ja. Aber erst mal Props dafür, dass es 35 Jahre selber Restaurant gibt, weil es gibt's, es gibt's eigentlich gar nicht. Also, Besitzer hat jetzt schon ein paar Mal gewechselt. Ja. Was ist dein Vater für Lanzmann? Italiener. Italiener und Mama ist? Äh, halb Kubanerin, halb Deutsche. Italiener, halb Kubaner, halb Deutsch. Okay, das ist ungewöhnlich auf jeden Fall. Okay, Vater war im selben Restaurant. Äh... Gutes Essen mitbekommen? Genau, und, äh, auch von seiner, also, von väterlicherseits Familie auch immer gut Essen, wir haben immer auf gutes Essen so Wert gelegt, so, ne? Also, jetzt hier nicht Jakobsmuschel mit Trüffel oder... Ja, aber Italiener halt. Aber, ja, also, gutes Essen halt so, 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 keine Fertiggerichte. Sowas gab's bei uns zu Hause nicht. Das war es nur. Aber gut. Ja, ich weiß, ich hab dich kennengelernt. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Da kann man das... Ne, ist auch nicht schlimm. Ich würd das auch nicht. Ey, doch, eigentlich ist es schlimm. Ja, aber... Aber kannst du ja nicht ändern. Ne. Könnte ich, glaub ich, schon, aber will ich auch gar nicht. Ja, okay, stimmt. Ich hab dir jetzt gar nicht nicht gemeint. So, jetzt kannst du nicht deine Vergangenheit ändern, aber es ist ja auch deine Zukunft, hab ich vergesst. Ja. Äh, ist aber nicht schlimm. Ist auch nicht. Aber dann bist du als kleines Kind ja schon in Küchen rumgelaufen, Gastro mitbekommen. Ja, genau das so. Also, als Kind bin ich immer in die Küche gerannt, äh, wo mein Vater arbeitet und hab mir dann, unterm Pizzaofen gab's immer so kleine Brote, die hab ich mir geklaut. Oder, also, was heißt geklaut? Die wusste ich nicht. Nö. Aber Pizza abgeholt, immer gesehen und... Ja, keine Ahnung, ich wollte halt Koch werden, so. Aber hat irgendjemand dir so, wer war die erste Person, die gesagt hat, guck mal, wenn du jetzt hier das und das reinmachst und das und so machst, dann kommt das und das da raus. Gab's sowas wie einen Koch-Mentor oder sowas? Oder ist alles safe made, wirklich? Also, selber ausprobiert? Naja, ist ein bisschen so, also, mein Vater auch. Wir haben zusammengekocht, war, ich weiß noch, Hähnchenflügel immer, Chicken Wings. Ja. Also, ne, also diese, jetzt hier nicht irgendwelche marinierte Fertigkacke. Ja. So, Natur, Chicken Wings. Ja. Und haben dann uns herangetastet, wie, wie werden die am geilsten? Wir haben probiert mit Paprikapulver, äh, am Ende, wir sind bei Salz und Pfeffer geblieben, fertig. Okay. Das ist auch meine Philosophie beim Kochen. Simpel bleiben. Der Produkt soll für sich sprechen, Salz, Pfeffer reicht. Mhm. Keine 10.000 Gewürze, so, äh, da arbeite ich lieber mit, äh, ein bisschen Knoblauch und zwei Großmarinen, statt mit jetzt hier irgendwelchen... Jetzt kommt der wieder schon in die Rezepte rein. Man muss dazu sagen, wir haben uns ja wirklich... Das ist kein Rezept, das ist eine Philosophie. Das ist einfach... Für mich ist das... Wenig Gewürze, mehr, äh, also Salz zum Geschmack. Ja, aber für mich so, äh, Essen ist ja für mich offensichtlich ein Fremd, äh, Fremdwort, weißt du, sagt meine Figur und wir haben, wir waren ja wirklich... Deine Figur, Dicke. Bin dann leicht unterernährt. Aber gut, äh, gestillt trotzdem. Wir waren ja zusammen in, ähm, in Cognac. Wie hieß nochmal das, äh, L'Ogis de Bollieu, wie hieß das nochmal? Weißt du das noch? L'Ogis de Bollieu. L'Ogis de Bollieu, weil der gute Kollege Marvin Game, Shoutout, das geht noch raus, auf jeden Fall. Marvin Game. Ey, der hat einfach so eine anormale Truppe zusammengestellt. Ich weiß noch, also so haben wir uns ja kennengelernt. Wir waren am Flughafen. Erstmal Bierchen getrunken. Bierchen getrunken, da war, äh, Gier, du, ich, Morlock Dilemma, Marvin Game, Morton, äh, wie hieß nochmal die krassen Produzenten, die dabei waren, äh, äh... Lucid und Talkie. Lucid und Talkie, genau. Und dann sind wir so, ähm, rauchen gegangen und ich bin halt super oberflächlich. Ich dachte mir so, okay, wer ist der kleine Asi, der so komisch redet? Dann bist du so mit rauchen gekommen. Dann ging's so, äh, da hab ich so gesehen, wie du so diese, diese Videos machst. Da hab ich mir so, okay, der macht doch irgendwas. Was ist da los, so? Und dann, äh, haben wir so gequatscht und du hast aber nicht, war einfach ganz normal gequatscht. Und dann irgendwann kam so raus, okay, das ist hier Gio, so und so viel Follower, pipopo. Und ich weiß nicht, ob Marvin Game die Situation gehabt, der, ich mein so, und dann hab ich rausgefunden, der hat so, äh, 150.000 Follower und Marvin meint so, aha, und dann fandst du den cool. Meinst du, nein, ich fand den auch vorher schon cool, weil gibt ja die Leute. Aber ich dachte mir so, nein, bin ich auch nicht, aber ich mein nur, der Marvin hat's aber kurz gedacht und sag mal so, das ist eine kleine Beleidigung, aber ich hab halt gesehen, du, äh, bist voll in deiner Welt und voll selbstsicher und so machst so deinen Stiefel dadurch und bist voll locker. Wir haben da Bier getrunken und geraucht zu einer unheiligen Uhrzeit, bevor wir ans Flugzeug gegangen sind. Unheilige Uhrzeit, was war 15 Uhr schon? So, äh, für die, für die meisten Leute, die zugucken, eine unheilige Uhrzeit. Für mich hat Düsseldorfer normalerweise auch nicht, aber, dann sind wir da hingeflogen, war eine Woche in, äh, in Frankreich, wie gesagt. Darf man sagen, dass du da schon um 11 Uhr morgens Bier getrunken hast in Frankreich? Sammy Deluxe, Moloch Dilemma, äh, Marvin Game, Gia, äh, Lucid, Torquay und noch so ein ganzes Kamerateam war dabei. Marvin hat sich so eine geile Mannschaft versammelt und, äh, dann hast du da halt für die meisten, also, äh, hast du da halt für die ganze Runde gekocht und bis auf, äh, bis auf mir waren, glaube ich, alle auch so, die waren so auch begeistert von dem, was du da so gemacht hast und so. Ich dachte mir halt so die ganze Zeit. Deswegen mag ich dich. Wie? Deswegen mag ich dich. Deswegen? Ja, weil, wie du sagst, alle waren auch begeistert von dem, was du da machst. Also, dich ausgenommen. Ja, ja, voll. Ja, aber das mag ich, weißt du, nicht so ein, mh, ja, gut, mh, 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 ne. Nein, Mann, ich esse das nicht. Da ist Grünzeug bei. Genau das. Ja, leider wirklich genau das. Für mich war es wirklich grausames Essen teilweise. Da standen die da wirklich. Nee, das war, also, also realistisch geschätzt waren das so neun Stunden. Und Topf mit Scheiße. Also wirklich nur so, so eine Suppe mit Zutaten und gerührt. Und jetzt ist die, wie hieß das nochmal? Was war das denn überhaupt? War das, war, 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 es war ein Topf mit Scheiße oder? Nein, irgendwas, so ein, äh, äh, Gulasch. Ah, Ratatouille. Ratatouille oder irgendeine Kacke. Ich hab doch kein Gulasch gemacht. Und alle, gefrei sich nicht, aber alle haben, für mich ist es ein Gulasch, esse ich auch nicht. Und alle haben da, und alle haben da, äh, wegen Kräutern. Und alle haben gewartet, alle haben gewartet und waren so voll so, mh, das ist immer gut geworden. Ich hab mir so, kann mal jemand nicht einfach in ein Restaurant in den Ofen schieben oder irgendwie, äh, ein Schnitzel oder Fleisch, Reis, Kartoffeln, Nudeln, irgendwie sowas. Die Basics halt. Und dann, dann hör ich noch, du warst noch das geringere Übel, weil danach kam einfach noch der Koch namens Vegane Wunder. Da war das, da war wirklich alles vorbei. Da war alles vorbei. Den hab ich erstmal im Tennis komplett misshandelt. Und das meine ich mit Rumbreiten auf Gewinn. Hä? Das meine ich mit Rumbreiten auf Sieg. Ja, voll. Ja, geil. Muss man auch sagen. Aber das war wirklich, und genau so haben wir uns kennengelernt dann, aber das, aber der gemeinsame Nenner war auf jeden Fall. Bier. Bier um 11 Uhr morgens. Ja. Äh, Kippen, Kippenmangel. Ja. Obwohl die anderen noch größere Probleme hatten, auf jeden Fall. Aber diese Woche war, die war, äh, richtig schön. Ich hab mich auch voll gefreut, dich in Hamburg da wiederzusehen bei diesem, äh, Marvin Game Event. Weil seitdem haben wir das, glaub ich, nicht mehr gesehen. Ja. Und da kamst du auch zu mir und meinst so, ich feier dich. Und ich hab mir so, okay, jetzt kommt irgendwie ein Battle oder so. Da meinst du aber, war einfach, weil du bist einfach, du bist einfach derselbe Wichser. Du bist so, so bist du. So, weißt du, und dann kann, also, ich feier das, weil jetzt ich kann, ich hab wirklich die faire Wahl, ob ich dich mag oder nicht, du spielst mir nichts vor. Und das ist ein mieser, äh, mieser Pluspunkt, also bei Leuten so. So, meine Lieben, es ist soweit, meine zweite Comedy-Solo-Tour steht an. Die erste Tour übertreibt nicht, ist durch, war schon sehr, sehr erfolgreich. Und in der zweiten Tour gehen wir noch in ein paar größere Locations. Ich spiele sieben Großstädte, und zwar Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart. Ich freue mich auf euch, es wird sehr, sehr böse. Wenn ihr es abkönnt, geht auf den Link in der Beschreibung, holt euch Tickets, seid dabei, es wird krank. Soll ich jetzt sagen, was ich, das ist eigentlich alles, was ich erwarte eigentlich von jemandem, so ist. Ja, aber soll ich jetzt sagen, was ich krass finde, ähm, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber, ähm, also, offensichtlich, ich weiß gar nicht, weißt du wahrscheinlich, du redest ja nicht sauber, ne? Genau, aber ich finde krass, ähm, weil zum Beispiel meine, äh, oder ich selber auch vor zehn Jahren, bevor ich in Berlin war, hättest du gedacht, Dicker, wer so redet, kann nichts im Kopf haben. So, weil einfach, äh, äh, so, ne? Und dann aber, ähm, hauen solche Leute aber immer wieder so, nicht Weisheiten raus, aber, es gibt ja, angelerntes Wissen, es gibt so Street Smarts. Ne? Und es gibt noch dieses, was, was ihr, glaube ich, äh, hört sich voll behindert an, aber was ihr jetzt, ne, so wie ihr redet und wo ihr herkommt, was ihr viel besser könnt, äh, gönnt als wir, ist, äh, Menschen lesen. Angucken, einschätzen, der ist echt, der lügt, ähm, das kaufe ich dem nicht ab, weil ich erwisch mich, und ich bin Maximum Klugscheißer, mhm, und das weißt du ja auch, ähm, ich erwisch mich so oft dabei, wie ich so denke, wie mir irgendwer was erzählt und ich bin so, ja, wird wohl so sein, wo andere Kollegen sagen, Dicker, Bullshit. Ja, aber ich bin auch, ich bin auch ziemlich naiv, also sowas, ich bin... Gut, glaube ich, ja? Ja, ja. Okay. Ja, schon. Also, ich glaube immer noch ans Gute Menschen, so, irgendwie. Ne, das nicht. Wirklich nicht? Das sowieso nicht. Also, seit ich... Ich glaube, ich glaube, die, 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 ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist gut, ja, also, 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 oder hält sich für gut, besser gesagt. Nicht, dass sie gut ist. Was anderes. Du hältst dich für gut, so, und das ist ja dann auch sozusagen das Gute Menschen, wenn du, äh, denkst, dass du... Nein. Nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Nehmen wir, nehmen wir Hitler. Ja. Er dachte selbst, der wäre gut. Er dachte selber, er ist gut. Er macht alles richtig, ja. So, er denkt, er handelt im, ähm, brauchen wir nicht diskutieren, dass das gut war, ne? Aber, aber so, und das meine ich so, das heißt, das Gute ist vielleicht auch... Glaubst du, du wärst damals, hättst, was wärst du damals gewesen? Hättest du damals gesagt, Dicker, der, äh, der redet so krass. Also, ich bin, ich bin dabei. Der hat recht, oder würdest du denken so, na, Mann, Dicker, der ist drauf? Ich weiß nicht, also, ich bin generell so gar nicht politikbewandert. Ich auch nicht. Und lass mich auch nicht gern so von, äh, mitreißen und so, also, ich bin da voll der... Aber nicht mal, wenn du denkst so, Mann, Dicker, der sagt das, was ich auch denke, oder der, der catcht mich irgendwie, oder wärst du so, Mann, Dicker, das ist drüber, was der macht. Oh, das kann man nicht sagen damals. Ich wäre. Jetzt waren die Zeiten anders, du bist ja indoktriniert, du wirst, äh, äh, so, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich finde das auch geil. Also, wenn ich mit meinen Gen, äh, 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 wäre ich im KZ, so wie... Ich hab mir auch gar nicht überlegt. Oder im Zoo, ich bin auch mit dem Schwarzer, die haben... Jetzt ist es einfach ein Halbschwarzer, ein Halbschwarzer mit Cubano, Italiano. Wer hätte denn den Zoo getroffen, würde? Uns hat eh keiner gefragt. Uns hat eh keiner gefragt. Du hast dir, ach, schon ein Wuchen so in Zeit gewesen, ne? Ja, ist crazy. Aber lass uns nicht, äh, lass dich darauf kommen. Ich weiß ja gar nicht, warum wir so, äh, warum wir so abgeschweift sind. Es ist gut abzuschweifen, ne? Das ist ein echtes Gespräch. Das stimmt. Aber du kannst dir gerne ein Skript nochmal rausholen. Nein, ich hab keinen Skript. Ich will auch keins haben. Das Einzige, was ich mir vorher gedacht hab, ist, ähm, dass, weil der Marvin dieses geile Event, äh, die geile Reise ermöglicht hat, äh, das für ihn zu ehren. Auf jeden Fall noch. Ich hab zu Hause noch eine halbe Flasche Weewee gehabt. Und das war auf jeden Fall nochmal ein Sip, äh, Weewee Cognac von Marvin Game zu uns nehmen. Weil das, das Getränk hat uns wirklich, ey, äh, die Leute, die Leute wissen ja gar nicht. Also, der Kollege ist ja nicht nur ein, äh, also ich mach jetzt mal kurz, ich nehm jetzt mal kurz drei Minuten den Schwanz im Mund, ja? Okay, also, ähm, wie gesagt, so hab ich ihn, kann's ruhig, alles gut, geht auch so, äh, zu, äh, so hab ich ihn kennengelernt. Und dann sind wir da, ähm, besser, besser im Verhältnis gewesen. Klar, Koch und Essens, Spaß, die funktionieren nicht so gut. Auf einmal kam mir so, ich mach mal eine Mucke, ähm, lass mal ein bisschen Freestyle. Und dann hast du mich einen Tag, hast du mich persönlich gefressen. Hm. Du hast mich so genervt und so, äh, gedisst und beleidigt, den ganzen Tag gepiext. Und das Problem ist ja, ich kenn, ich weiß nicht, was du kannst oder was du nicht kannst. Aber ich weiß, du, ich wusste, du bist gefährlich. Weil so eine kleine Ratte, wie du eine bist, immer wieder, ich hab mit Leuten ein ganz normales Gespräch geführt und der kommt von rechts mit irgendeinem scheiß Freestyle in mein Ohr rein, um mich zu degradieren. Die anderen so, oh, Sinnig, lässt du auf dir sitzen oder was? Und ich denk mir so, guck mal, wenn Cristiano Ronaldo hier sitzt, ne, mit seinen geölten, eingeölten Beinen und von Seite kommt ein Streetballer. Der kann alle Tricks. Und er sagt so, Cristiano, was ist los? Cristiano, was ist los? Cristiano ist so, alles gut. Aber wenn Cristianos Freunde sagen, oh, Dicker, Cristiano, du musst, dann ist so, ich dachte mir auch so, Mann, ich hab doch, ähm, wenn die das hier filmen, ich hab ja auch einen Ruf zu verlieren und ich bin ja auch gut, aber das ist, du hast so ein gefährlich. Ich bin ja auch gut, aber. Du hast so, ich bin auch gut, aber du hast so einen gefährlichen Eindruck gemacht. Ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Und irgendwann, äh, ging das den ganzen Tag und er hat, also, er hat wirklich übertrieben. Vertraut mir, wenn ich euch sage, der hat wirklich nicht locker gelassen den ganzen Tag, bis wir irgendwann nach, keine Ahnung, wie viel Konjaks, Zigaretten und Bier irgendwann am, äh, Pooltisch standen, in dieser, in dieser schönen Umgebung, da in diesem schönen Raum und es dann irgendwann hieß, okay, jetzt ist Freestyle-Battle und dann, ähm, hast du mich da leider zersägt, Alter. Dann ist, äh, ich meine, du hast doch so eine ekelhafte Story gemacht, auf Gewinn rumreiten. Dann, du hast eine ekelhafte Story gemacht, nach dem Motto, ich hab, äh, ich mach hier Fleisch mit Reissabon, nehm ich. Übrigens wollte ich noch sagen, äh, Gia und Cynic, anscheinend gute Freestyler, die hab ich beide noch so nebenbei weggemacht. Hast du auch ekelhaft, äh, ekelhaft nochmal, äh, proklamiert, vollkommen zu Recht auch, aber, was die Leute nicht wissen ist, der ist wirklich ein ekelhafter, also, der ist so ein ekelhafter Freestyler. Ich, äh, also, ich hab versucht, mit meinen Muttersprüchen zu kommen und irgendwas Cleveres aufs Äußere, aber du hast dann eklig gefloat und auch mit der Line, mit der du mich am meisten gefickt hast, ist, äh, ich weiß nicht, was du gereimt hast, aber die Line mit, äh, ich hab eine Woche für dich gekocht, ich weiß, du machst Würstchen. Und da war vorbei. Alle so, wow, oh mein Gott. Und du hast mich wirklich einfach dann da rund gemacht und ich hab ja gehört, da bin ich ja beleidigt ins Bett gegangen, wie ich halt so bin, und hab aber am nächsten Tag auch gehört, äh, Gia ging's auch nicht viel besser. Ich hab ihn auzeinander genannt. Das ist wirklich krank, Alter. Ich hab ihn auzeinander genannt. Du bist einfach ein fucking Multitalent. Das heißt, Leute, die mich jetzt, die mich kennen und verfolgen und mich reden hören und dich dann reden hören, denkst du so, wie kann der denn den im Freestyle-Auslander machen? Aber ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Aber, äh, ist Rap, ähm, gleichzeitig mit dem Kochen gewesen oder war es schon immer? Schon vorher. Immer. Ich hab angefangen zu rappen 2001. Also, als 8 Mile rauskam, äh, haben Kumpels 8 Mile gesehen. Ich hatte den Film nicht mal gesehen. Ja. Und, ähm, die haben im Haus gelebt. Aber da hast du 5 oder so. Nee, da warst du 13 oder so. Du bist 90er hergegangen. Da warst du 11, okay. Genau. Ja, okay. Ähm, 8 Mile kam raus, Kumpels haben den gesehen und die haben im Haus gelebt und der große Bruder hatte unten im Haus Turntables und so, bla bla bla. Okay. Jetzt haben wir ein Battle gemacht. Geil, ey. Oh, ist das geil. Wir haben gebattelt so und, äh, am selben Tag ist auch der erste Text entstanden. Das waren noch diese Buzz-Crew Berlin-Crime-Zeiten, so, wo man MC Bastard und so. Ja. Wo man Sachen sagt, die ein Elfjähriger nicht sagen sollte. Ja. Äh, der weiß auch gar nicht, was das bedeutet eigentlich. Ja, doch, ich wusste, ich, äh, also, aber pass auf, äh, ich, ich kann die Hook noch. Ich weiß nicht, ob du danach noch monetarisieren kannst. Ja, scheißegal. Okay, geil. Also, wir sind die unglaublichen Rap-Giganten und zertrampeln Wack-MC's wie Elefanten. Also, die Mütter von Wack-MC's werden zum Ficken abgerichtet und ihre Väter werden im Krematorium vernichtet. Da ist ein Elfjähriger geschrieben, so, äh, also, im Krematorium vernichtet. Im Krematorium vernichtet. Ich glaube, wenn ich dein, wenn ich dein, äh, Vater gewesen hätte ich mir gedacht, so, ist schon assi, aber immerhin kennt er das Wort Krematorium mit elf schon. Ja, was? Das ist gut. Ja. Das ist kein Wort für ein Elfjähriger. So was, die ersten Zeilen, die vergisst man auch nicht. Ich hab mit zwölf angefangen zu kiffen, Bro. Das ist krank, Alter. Rauchen auch. Dass du das trotzdem noch weißt, ist heftig, Alter. Ich hab halt kurz zwölf angefangen zu kicken. Aber wie hast du denn, aber wie hast du denn diesen, äh, Frankreich-Trip wahrgenommen? War der für dich auch so schön übelst? Also, es war, äh, einfach pure Entspannung, so, es war zwar Arbeit, so, ne? Ja, klar. Für dich jetzt. Für dich war Pool, für dich, ja, genau. Und ein bisschen Content machen. Äh, Rap-Battles verlieren. So. Mhm. Bisschen Content machen, ja. Ja, klar. Wir machen schon Content. Es ist einfach nur, ähm, Facts. Ja. Äh, war geil, Dicke. Ich weiß nicht, also, es war einfach eine schöne, schöne Umgebung. Lehrreich. Aber auch so die, ähm, die, die Trips, die wir gemacht haben auf dieses, äh, auf dieses, äh, äh, Traubengut, dieses Weingut da, oder, äh, nach Kognak selber, oder, keine Ahnung, einfach mit Sammy Deluxe. Ey, Sammy Deluxe, krasser Typ. Wie warst du denn, der? Das hab ich ja schon als Kind gehört, so. Klar, jeder. Jeder ist irgendwie mit Sammy, äh, aufgewachsen in unserem Alter. Und was mich richtig bei ihm gefreut hat, ist so, er ist ein richtig humble Typ, so. Ja, ist krass, ja. Ich war mit dem, morgens hab ich den am Pool getroffen. Und, so, wir unterhalten uns, so, über private Sachen, er fragt mich über mich, meine Familiensituation, so, so, aufrichtig. Nicht so ein Smalltalk, Geheuchel, blablabla. Wir sind beide hier, wir müssen miteinander reden. Ja, so, nein, der hat wirklich aus Interesse gefragt, so, und das hab ich sehr zu schätzen gewusst, so, weil, man geht ja, wenn man Leute von klein auf kennt, so, du kennst den seit 20, 25 Jahren, weißt du, wer das ist, so, äh, dann, dann, dann sieht man diese Person ein bisschen anders, so, und dann ein Gespräch zu füllen, wo es um einen geht sogar, um einen selber, so, ohne, dass man sich aber aufdringt, also, ohne, dass ich ihn jetzt hier mit meiner Story vollquatsche und hier ist mein Mixtape, jo, äh, so, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Moment, so. Ja, den hatte ich auch mit Sammy am, am Flughafen dann, äh, weil ich hab mich so zurückgenommen, ich, am nächsten Mal hingegangen hab ich gesagt, so, und so, und so, und ich bin, ah, und dann, äh, was du alles kannst, ich hab mich schon live. Ich heiße auch Samuel. Das wusste ich gar nicht bis zu dem Ding. Ich hatte wirklich der Sammy. Aber da hat er auch so gefragt, und wo kommen deine Eltern her, was machst du so und so, der wollte auch, äh, wenn er in Berlin ist, kommt er auf jeden Fall auch mal zum Podcast, und mich hat auch einfach, also, ich fand's auch. Bodenständig, Mann. Ich fand's aber auch geil, wie der, obwohl der so bodenständig war, trotzdem klargemacht hat, also, der hat nicht klargemacht, aber seine Aura hat so, man muss dem jetzt nicht auf den Sack gehen, der ist nicht immer bei allem dabei, aber trotzdem nahbar, und du hast nie das Gefühl gehabt, ich kann den nicht ansprechen. Und ich glaub aber, für ihn ist das, glaub ich, auch nicht einfach gewesen, weil der ist da mit Fremden, die alle wissen, wer der ist. Ne? Und da musst du auch erst mal irgendwie du selber sein. Das heißt, der zieht so seine Oberteile aus, geht in den Seereim, ein bisschen schwimmen, und das ist, glaub ich, auch so eine kleine Barriere, weil du nicht weißt, ist da jetzt irgendein Vogel dabei von den Kameraleuten oder von den Köchern oder von den Battle-Rappern, die jetzt irgendwie denken, oh, das ist so, sie zählen mit Lyx, also oberkörperfrei aus, also du musst ja vorher auch ein Gespür für die Runde haben. Aber denkst du so? Nein, es war nicht so. Ne, ich mein, ob du so denkst, weil, ich mein, äh, äh, das geht ja, man muss so selber sein. Auf mich bezogen? Ja. Ja. Echt? Ja. Ich gar nicht. Ja. Weißt du, warum? Ja, weil du eh die, äh, weil ich eh selber bin. Ja, aber weil du eh die, du hast auch eh, aber deine, deine Person ist ja, I don't give a fuck. Dein ganzes, dein ganzes Ding ist ja so, mich juckt gar nichts. Wer, was, was? Mich jucken schon manche Sachen so, aber das sind dann Sachen, die, die mach ich dann nicht so, weil sie mich jucken. Aber man hat nicht das Gefühl, man hat nicht das Gefühl, man könnte dich, man hat nicht das Gefühl, das ist für mich als Battle-Rapper ganz schlimm, man hat nicht das Gefühl, man könnte dich mit irgendwas angreifen. Ne, ist schwer. Also auch privat nicht so, mit Worten, was willst du, du kannst mich mit, mit Gegenständen angreifen. Ich mein nur, aber genau, weil du bist, du weißt, wer du bist, du bist erfolgreich in dem, was du machst, du hast, äh, aber diese Videos, die du da machst, denk mir so, castet ja diese Leute aus, warum sehen die alle, warum sehe ich diese Leute nicht? Die sehen alle, die sind alle fresh, die sind alle cool, alle, wer denn, die Leute in meinen Videos? Ja. Oder, das ist meine Nachbarschaft, die, das sind die Jungs aus meiner Gegend. Ja. Sind immer dieselben. Ja, aber das ist trotzdem krass, also diese Videos sind... Die kommen fast alle in meiner Straße, wenn die nicht in meiner Straße kommen, dann Querstraße. Aber diese Videos haben, du denkst, das ist nicht Deutschland. Du denkst, du ein Nazi bist. Ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Das kann auch sein. Das ist nicht Deutschland, aber vom Freshness-Faktor her. Ja, weil Deutsche sind halt uncool. So, und es gibt wenig coole... Also, du kannst jetzt so einen Clip nicht machen mit sieben weißen Deutschen, die so, keine Ahnung, coole Bewegungen machen, coole aussehen. Das ist halt schwierig, aber der Weib ist krass. Das ist ein Straßending, so. So, auf der Straße musst du schon fresh sein, so ein bisschen. Ja. So, weil sonst, äh, 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 das ist, das ist wie ein Business. So, wenn... Kannst du mal ein Business fresh sein? Ja, klar. Also, kommt drauf an, was für ein Business du hast. Wollte ich ja sagen. Wenn du, wenn du jetzt, äh, Hacky-Sacks verkaufst, dann nicht. Ja. Weißt du, ich meine, aber... Geile Metapher, oder? Warte, ich muss kurz selber sagen. Geile Metapher als Vergleich. Was ist der Unterschied? Metapher ist ein bisschen Bildsprache. Okay, aber die Bildsprache ist ja so, stell dir einen Hacky-Sack-Verkäufer vor mit so... Ja, was ist ein akkurater Vergleich? So, mit so Drache als Facebook-Profilbild und so, weißt du? Ich kenn diese Leute gar nicht, Alter. Wen kennst du denn? Gibt's nur Akademiker, oder? Gibt's diese Menschen? Ich kenn... Ich... Deswegen ist ja... Geil Metapher, guck mal. Ich bin voll der Pseudo. Ich bin ja nicht mal... Ich bin ja nicht... Für euch... Für dich bin ich ein gefühlter Akademiker. Nein, bist du gar nicht, Bruder. Du sagst es nur. Ja, okay. Für mich gar nicht. Weil du es gar gesagt hast. Nein, für mich, äh... Bist schon ein Klugscheißer, so, ne? Aber... Aber... So, dein Äußeres verbietet das schon so. Du musstest einen Anzug tragen, dass ich so denke. Aber soll ich deine Hip-Hop-Klamotten machen? Aber das ist auch ein Fake. Das ist noch gar nicht meine. Ähm... Ich... Ich will nur sagen... Das Ding ist ja folgendes. Ich bin einfach voll froh, dass ich, äh... Dass ich überhaupt angekommen bin. Also, dass ich mit so jemandem wie dir oder mit, äh... Keine Ahnung, Marvin... Mit den ganzen Künstlern oder so, dass ich mit denen allen chillen kann. Und dass, äh... Man nicht ausgelacht wird. Für das, wo man herkommt. Oder was man straßenmäßig drauf hat. Oder ob man jetzt... Hast du voll den Komplex, was das betrifft? Ja, voll. Warum? Seid auch dankbar. Unsicherheit. Ich bin dankbar dafür. Jetzt, jetzt... Du brauchst es auch nicht, um, äh... Was man braucht, um, äh... Alle Erkennung zu finden. Und das ist das, was ich dir von Anfang an gesagt habe. Warum ich dich auch feiere. Ist Ehrlichkeit. Dass du einfach dich nicht verstellst. Und dann ist es scheißegal, wo du herkommst. So, das ist Hauptsache, du bist real. Ja, aber das... Ich hab 30 Jahre meines Lebens in Düsseldorf gelebt. Und da war das nicht so. Und jetzt bin ich 10 Jahre in Berlin. Und dann ist... Man lernt... Das heißt ja nicht, dass du, äh... Deine Vergangenheit, was ist... Du bist jetzt real. Ja, bin ich auch. So, Punkt. Ja. Ob du jetzt vor... Äh... Denkst du, wenn ich damals seit jugendlicher Leute abgezogen bin, das ist doch nicht real. Das ist doch... Das ist doch nicht real. Das ist ekelhaft. Ja. So, und das ist nichts, äh... Womit ich jetzt, also, angeben oder werben... Wir sind oft darauf gekommen. Ich jetzt gar nicht von selber jetzt so... Du hast abziehen gesagt. Okay, dann ich lüge auch nicht so. Ich hab nichts zu verstecken so. Aber es ist nichts, womit man... Wo ich einen Track machen würde und sagen... Ja. Hast du eigentlich schon mal, äh... Ähm... Gibt's eine Idee für einen Abonnier-mich-Track? Weil ich hab vorhin, also, kurz bevor du gekommen bist, hab ich so ein bisschen für mich so... Dachte ich mir so... Abonnier-mich-Track. Man könnte schon catchy machen. Aber ist das dann schon wieder zu cheesy? Ist das schon wieder zu... Ja, ne? Ah! Da, wo ich herkomme, würden alle sagen, klar, super Geschäftsidee. Abonnier mich. Macht doch Sinn. Ist doch sein Slogan. Aber ihr... Ich hab auch nie irgendein Scheiß-T-Shirt, nie ein Scheiß-T-Shirt, ich hab auch nie ein Kack. Aber das ist geil. Ja. Also, auf der einen Seite ist natürlich... Auf der einen Seite ist natürlich... Der Realis-Faktor oder der Echtheitsfaktor ist noch größer. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Bad-Business so. Weil man könnte die bestimmt auch geil machen. Und meinst du jetzt den Merch oder den Song? Merch. Ja, könnte man machen, aber ich... Also, ich mach einfach nicht Sachen, die ich nicht feiere. Und das ist so... Das ist einfach die... Können wir darauf anschlossen, bitte? Na klar. Weil ich mach auch keine Sachen, die ich nicht feiere. Prost. Auch wenn es andere Sachen sind, aber... Hm. Und das ist auch kein... Das ist auch kein Bad-Business. Weil, ähm... Ich seh das Ganze langfristig. So, weißt du, was ich meine? Ich könnte jetzt, äh... Ich hätte auch früher... Ich hatte auch schon Angebote und so Sachen. Da war ich noch kleiner. Die hätte ich dann unter einem Dach von anderen gemacht, wo ich abgelehnt hab, egal wie groß das war. Ich sollte mal so eine riesen... YouTube-Show hosten. Keine Ahnung was das war. 40 Folgen oder so. Mhm. Irgendeine Bezahlung? Ich hab nicht mal gefragt, was ich bekomme. Einfach nein gesagt? Ja. Ja, so... Weil das war irgendwas mit, ähm... Sophia Thiel und so. Und ich hätte das irgendwie hosten sollen. Und, äh... Einer der Hauptthemen war auch irgendwie Gendern. So, die... Jaja, aber... Nee, also ich frag mich, warum die mich dann dafür als Moderator... Vielleicht wollten die mich bloßstellen, ne? Nee, die wollten mich nicht bloßstellen. Ich glaub, die... Also... Ich denk ganz gut den Menschen. Warum... Warum sollen die sich jetzt einen... Ich hatte 3000 Abonnenten, dick. Also, da macht's erst recht keinen Sinn, Alter. Nee, aber vielleicht wollten die genau die Art, wie ich spreche... Äh... Vielleicht wollten die mich als... Also, Konter, Gegenpart zu... Aber ich glaub... Ich bin gar nicht für dieses Gendern, Bro. Offensichtlich. Ich glaub, du könntest nicht mehr, wenn du wollen würdest. Nee. Also... Ich hab... Ich bin schon in Situationen gekommen, wo ich mit Personen, äh... zu tun hatte, äh... denen das sehr wichtig ist. Mhm. Wo ich dann auch versucht hab, drauf Rücksicht zu nehmen. Einfach aus Respekt. Ja. Respekt. Mit Respekt kriegst du mich immer. So, weißt du? Aber, äh... Versuch natürlich. Es ist natürlich nicht drin. Es ist nicht für mich... Nicht drin in den... Weißt du, ich meine so... Ich... Wäre für mich auch schwierig. Ich... Also, ich... Nee, aber aus Rücksicht und Respekt vor Individuen, äh... Wenn ich mit denen zu tun habe, dann... Äh... Ich rede hier konkret von einer Transperson, so... Wo ich immer meinte, also eine Frau, äh... Die... Äh... Als Mann, Mann, Trans... Weißt du, was ich meine so? Merkst du selber? Ja, also... Ja, nee, ich weiß... Also, biologische Frau, äh... Äh... Fühlt sich als Mann-mäßig. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen. Aber... Dann dieses R, sie, so... Weißt du, dieses R, sie und so, äh... Das... Weil man war in so einer Konstellation, wo man auch übereinander in der dritten Person gesprochen hat, weil es war so, äh... Gruppenunterricht, so Ausbildung als Tontechniker. Ja, aber... Was soll... Ich hab sowas auch... Komplett verwirrend gerade. Du hast sowas einmal gehabt, auch der meint, äh... War... Für mich ein Mädchen, die meint so, nee, nee, ich will äh... 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 Oder äh... Superschwierig. Aber wo super schwierig, ähm... Wir haben jetzt den ersten Talk Weavey getrunken, wir machen kurz Zigarettenpause. Ja? Ja, klar. Komm. Aber wir haben mitten gecuttet in dem, äh, in dem... Scheiß drauf. Ist sowieso viel zu kompliziert, dieses ganze Thema. Äh, jeder soll sich identifizieren, als was er will. Als was er will. Äh... Ich bin Battle-Rapper und Comedian übrigens. Und Podcaster. Was bist du? Ich bin, äh... Ich bin, ich bin, ich bin Dings, ja. Ich bin Koch und Rapper. Ich bin Influencer. Influencer bist du? Naja, ich will eigentlich keinen Influencer. Aber bist du? Du hast... Ich bin wirklich... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ein echter Influencer. Ja. Ich bin kein Influencer. Ich bin ein Influencer. Ihr seid keine Influencer. Wegen mir machen Leute Ausbildung. Das hast du erzählt, das ist krass, Alter. So, das ist Influencer. Das ist Einfluss. Leute kochen und machen Rezepte nach... Nee, das ist guter Einfluss. Wenn ich jetzt irgendeine Creme hier auftrage, dann bin ich kein Influencer, dann bin ich ein Creme-Auftrager. Das, was du machst, ist guter Einfluss. Und guter Einfluss sind auch Zigaretten, also bis gleich. Also, da sind wir wieder nach der Raucherpause. Ja, wir haben eben nochmal kurz gequatscht. Ich habe, glaube ich, einen Kommentar abgelassen bei Instagram. Der wurde zwar nicht fiegel, also er wurde gar nicht geliked, also dreimal, glaube ich. Wummt dich das? Hm? Wummt dich das? Mich wummt das übelst, ja. Wirklich? Weil ich mich, weil ich für dich Partei ergriffen habe. Wem gegenüber? Wer hat mich... Wer hat mich... Die baut es in der Ohrensinn. Ach so. Ja, weil du hast die Story gepostet und ich sehe so, jetzt können wir ja auch hier machen, abonniere mich. Und ich denke mir so, wait a minute. Ich habe dann die ganze Kampagne gesehen und dachte mir so, okay, wie dreist kann ein Unternehmen sein und vor allen Dingen, wie dumm können die auch sein? Also, die können erst mal das gut finden und auch klauen wollen, aber dann gucke ich mir den Typen an mit seinen Leuten und seiner Reichweite, dann mache ich es doch nicht. Also, wer war der Spasti, der gesagt hat, okay, das machen wir? Irgendeiner, der denkt, äh, Publicity ist Publicity, auch schlechte Publicity ist Publicity, wahrscheinlich. Ja. Äh, davon bin ich aber ausgegangen, weil die haben ja deren Abonnier-mich-Kopier-Aktion da auf TikTok gemacht. Ja. Was habe ich gemacht? Ich bin auf Insta. Ich habe denen da einen Shitstorm gegeben. Ah, okay. Und jetzt pass auf, Digga, nachdem sie da ihren Shitstorm bekommen haben, ist eins von diesen Abonnier-mich-Videos neuerdings auf Insta jetzt auch gepostet worden. Die haben das jetzt auf Insta rübergelaufen, weil die denken so jetzt, okay, ich springe darauf an, dann kriegen die jetzt Reichweite auf Insta, aber jetzt, ich habe das nicht repostet. Ich habe denen einen kleinen Shitstorm gegeben, tag, tag. Auf TikTok keine, äh. Weil das war gut, auf Insta war gut. Boah, Alter, deine, deine. Die haben 550 Kommentare. Ey, diese Kommentare waren so, also. Beste von Locke Nummer 19, Shoutout an meinen Bruder. Ja. Äh, eure Senf benutze ich als Arschcreme, Martin. Ich habe, ich habe irgendwas anderes, äh, ähm, ge, ähm, kommentiert. Ich weiß mehr was, aber irgendwas wahrscheinlich, was nicht cool war, sondern einfach nur so despektierlich, ne, ich wollte einfach nur so, ich wollte einfach nur so sagen, dass Machst du das an Likes ab? Nein, 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 nicht, äh, nicht cool wegen nicht Likes, sondern, äh, nicht, äh, wirklich nicht cool, sondern so deutsch-beschwerdemäßig. Das ist nicht genau, aber dann ist mir aufgefallen, weil ich ja Comedian bin, dass Bautzner auch einfach ein super Schimpfwort wäre. Und ich, das wäre eigentlich das Schlimmste, was es gibt, dass man baut, dass man für die, dass man in Zukunft merkt, okay, weil er sagt, richtiger Bautzner, Alter. Was ist Bautzner oder was? Ich weiß nicht mehr, was die machen. Was machen die? Würstchen oder was? Was macht Bautzner? Zukunft für Bautzner. Was macht Bautzner? Zukunft für Bautzner. Verbautzen. Aber was macht Bautzner? Was haben die Produkte? Schlechten Senf. Das war's. Das ist eine Senffirma. Ja, also, äh, die machen auch anscheinend Burgersauce. Okay. Das war bei Burgersauce dieses, äh, abonnier mich, kopier mich. Ja? Das war Burgersauce? Ja. Okay. Mit, äh, Fertigpattis haben die, also die machen Werbevideo mit diesen Fertigpattis und, äh. Also, abgesehen davon, dass das Essen scheiße ist. Das ist eine qualitative Rotze, ja. Definitiv, äh, der Senf ist halt auch, also ich hab, ich muss zugeben, ich hab den oft benutzt, weil es einfach der billigste ist, so, weißt du, weil man geizig ist, so, man denkt sich Senf ist Senf, aber nachdem ich, äh, diesen Beef mit dem hatte, so, ich bin da konsequent, äh, ich benutze keinen Bautzner mehr. Aber es gibt viel besseren Senf als Bautzner. Zum Beispiel? Äh, Kania-Senf von Lidl, äh, unbezahlte Werbung an der Stelle, ist genauso gut, kostet genauso viel, hat aber Schraubverschluss in Tuben, so, nicht dieses Glas, wo es dann oben so Dings ist. Also machst du so ein Senfglas auf, benutzt nicht alles, da hast du oben diesen ekligen braunen Rand, so, der trocken wird, ist, äh, ist uncool so und, äh, dafür steht Bautzner. Bautzner-Stiftung, aber ich finde, wir sollten das etablieren, auf jeden Fall das Bautzner, also wer das hier sieht, ne, Bautzner haben den, also, wir wollten den maximal, äh, hops nehmen, nach dem Motto, äh, also sein Trademark ist ja dieses, äh, ich mach Schrimms mit Dress, abonnier mich, abonnier mich! Abonnier Nesto, denn nur... Also das war, Leute, ey, Leute, ich war ja in Frankreich, hab so Storys gepostet, da warst ja ein paar Storys im Hintergrund, und wie viele Leute mir einfach nur geschrieben haben, abonnier mich! Also mittlerweile kannst du es gar nicht mehr normal sagen, weil, wenn ich es lese, höre ich ja deine Stimme und, ähm... Es ist krank, wie viele Leute von meinen Leuten dich kannten, oder auch gefeiert haben, meint so, boah, du warst mit dem, was, und wie, erzähl mal, wie ist der so? Meinst so, guck die Videos. Das ist das Geile. Und ich glaube, es ist bei mir auch genau dasselbe, ähm, wenn dich jemand fragt, aber wie ist das denn, du sagst, guck dir ein Battle an, guck dir ein Interview an, und das ist... Ja, das Einzige, was bei dir anders ist, aber das sagst du ja auch offen und ehrlich hier, also ist das auch cool, diese, diese, äh, warum bist du so, 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 so unsicher bei, ob, ob man dich annimmt oder nicht, oder? Das ist keine Unsicherheit. Ich will es nur wissen. Weil wenn ich uns, aber nee, 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 wenn ich unsicher wäre, würde ich mich danach richten. Da würde ich meine Sachen verändern. Ja, ja, ja. Genau, ich will nur wissen. Also, weil mir das urt, also, so Psychologengespräch mäßig, aber, ähm... Brauchst du die Bestätigung? Nee, aber ich, ich würde gern, ich will, ich will das alles verstehen. Das ist ganz schlimm. Ja, aber, Bruder, du, wir leben in der Welt von der Idioten... Es geht nicht, ich weiß, ich weiß. Und vor allen Dingen, guck mal, das Ding ist, kennst du ja wahrscheinlich selber, du, äh, hast ein Video, YouTube-Kommentare und denkst so, hä, was denn los? Und dann gehst du raus in die wahre Welt und es ist nur Liebe. Und denkst so, krass, diese Kommentare, die, die Menschen existieren gar nicht. Ich hab wirklich bis jetzt nur Liebe bekommen in der wahren Welt, so. Also, ich hab auch, ich, äh, mir fallen, glaub ich, fünf Beispiele an, wo in zehn Jahren Leute gerufen haben, so, aber in Gruppen, so, ja, Sinic the Hunt, oder irgendjemand war besoffen, meint so, du bist so ein schlechter Rapper, komm mal jetzt raus. Fünf Leute in zehn Jahren ist nichts. Aber YouTube ist ein anderes, YouTube ist ein anderes Gän. Ja, da hat jeder seine Meinung und, äh, da sind ja auch, äh, darf man nicht vergessen, Leute, äh, stoßen auf deinen Content, auf dein Video durch Zufall. Ja. Also, mein Hate zum Beispiel, den ich bekomme. Bekommst du Hate? Ja, ja. Aber worauf bezogen? Auf meine Aussprache, äh, auf das, was wir machen, dass wir, äh, so, habt ihr kein zuhause mäßig. Äh, viel... Das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, und viel Hate ist, äh, so drei blaue Herzen dahinter, wenn du weißt, was ich meine. So, ne, äh, äh, ich, ich, ich mach am Block für die Cheesesteak und irgendeiner, deswegen nur noch AfD. Damit's keinen für die Cheesesteak mehr am Block gibt, oder wie, okay, tamam. Das ist krass, Alter. Verstehst du so? Das ist krass. Äh. Also, Aussprache kann ich nachvollziehen, weil ich bin auch ein Sprachnazi, aber... Ja, dicker, also bei uns Aussprache, wo ich, ja, komm mal, wir reden alle so. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwas ausgedacht hab oder irgendwas aufsetze. Äh, so. Du redest so. Ja, das ist meine Sprache. Ja, aber könntest du, also ich glaube, ich könnte so reden wie du. Könntest du... Ich glaube nicht, dass du so reden könntest wie ich, weil bei dir klingt es dann, als wärst du Kajajana, der das irgendwie imitiert. So, ich, dich, mich. Du, nein, das, das geht nicht um, ich könnte so... Du hast schon, indem du versuchst, du hast schon verkackt, gerade. Ich glaube, ich könnte so reden wie du... Habe ich nicht gesagt. Das habe ich nochmal ausgesprochen. In deinem Satz war ein leichter Zürcher. Das war, das war aber unterbewusst, das war nicht ernst gemeint. Das war nicht, äh... Ja, ne, unterbewusst, das ist ja das. Wenn, wenn es bewusst wäre, dann, dann, dann weißt du ja, was du machst. Ja. Kannst du es nicht, weil es nicht drin ist und das ist auch nicht schlimm, du musst es nicht können, weil es ist keine Frage, dass du könntest. So, das ist auch keine Sprache, die man lernt, wenn du diese Sprache bewusst lernst, also diese Sprache, also diesen Akzent oder so bewusst lernst, dann ist es fake. Ja. So, das ist ja, also... Aber da gibt es voll viele von. Ja, also, aber auch nicht unbedingt so, es kommt drauf an, wie... Das ist ja fast schon Mode auch. Beispiel, nehmen wir jetzt den Deutschen, der so spricht. Mhm. Kenn ich viele. Warum? Die sind aufgewachsen mit Kanacken. Ja. Also, das ist auch deren Sprache. Die sind so aufgewachsen. Und genauso, was das nicht doof gemeint, aber genauso peinlich ist es ja für mich, ähm, für mich so zu reden, wie ich mich ausdrücke. Dass man denkt, okay, man könnte denen auch theoretisch in Nachrichten setzen und da könnte ganz gediegen irgendwas vorlesen. Ist ja, ähm, so rede ich ja auch nicht, aber ich hab das letzte Mal gehabt, da war ich von, äh, in Schöneberg vor einer Sparkasse und, äh, Nollendorfplatz. Da haben wir gewohnt mit der Familie und das ist ja schwulen Hochburg des Grauens. Und da war irgendwie noch so halbwegs Ende Corona-Zeiten, ein bisschen Schlange und ich wollte so schnell in die Apotheke rein und, äh, so zwei Wohnmuss waren, so, äh, sorry, aber das können hier nicht, äh, und dann meinst du, äh, ich, äh, und die meinten so, ich, 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 ich so, say what, Alter? Say what? Aber ich red doch, also, für mich machst du aus ich, ich, aber anscheinend hab ich so ein Mittelding oder was das... Ja, also für mich klingt dein ich jetzt auch nicht nach ich. Ja. Also hab ich aber, ich war so voll, ich war so richtig empört, ich dachte mir so, haben die mir das gar gesagt, ich kling wie ein Kennick? Da dachte ich mir so, okay, kann ja auch sein, ich bin Düsseldorf, ich hab ja auch mit, äh, solchen Leuten zu tun gehabt, aber das ist, ähm... mit solchen Leuten zu tun gehabt. Die so reden? Du redest doch auch so. Das steht nicht so, ja. Das steht nur ein bisschen so. Naja, du redest nicht so, äh, ich sag ja auch nicht, äh, ich benutze ja auch kaum so jetzt irgendwelche, äh, so arabischen Wörter oder so in meinen, ich sag ja auch nicht, äh, jeden zweiten Satz Walla oder so. Aber was ist dieses, äh, woher kommt du Wesh Wesh? Wesh Wesh kommt aus Frankreich. Okay, was heißt das? Das heißt so, was geht, was geht, aber... Okay. Du kannst auch Wesh sagen, äh, äh, so, das ist voll schwer zu erklären. Das ist so... Einfach Slang, oder? Also Wesh Wesh ist keine Begrüßung. Okay. So, aber du kannst auch so wie ein Fragezeichen verwenden, so... Aber ist das so, wie, wenn, äh, bei Jungen, ab und zu kommen so, äh, mal so Junge, kenn ich's auch, bis du sagst, so, show, ist das nicht? Ja, show heißt so, show heißt, äh, was eigentlich, so, was. Okay. Show, was geht. Aber umgangssprachlich dann? Ja, show ist auch wie Begrüßung. Eigentlich bedeutet. Wesh Wesh ist wie Show. Ja. Du kannst auch Wesh sagen, nicht Wesh Wesh. Wesh Wesh. Wesh Wesh. Ja, das ist tatsächlich... Ja, Bung, ne Wesh. Aber das ist halt so, das ist so ein rundes... Die Sachen, die gehen in den Kopf, die so... Das ist so ein rundes Ding, Alter. Das ist so ein, also diese, diese, diese Clips, die du mittlerweile machst, ist so ein fucking rundes Ding, das nicht für jemanden wie mich, der immer Fehler sucht, ist nicht, ist nicht anzuficken. Das sind ganz runde Dinge, das sind diese Voice-Overs. Ich such keine Fehler, ich such, äh, Sachen, äh, die ich upgraden kann. Ja. Ne, deswegen mittlerweile, ein Video ist bei mir auch, kann man sagen, zwei Tage Arbeit, ja, also, also der Drehtag natürlich. Ja. Davor musst du den Einkauf natürlich einrichten. Ja. Den Abwasch, den ich nicht mache, äh, ja, das steht im Studio, stehen Sachen, man, da, da ist schon, so, 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 diese, diese Schimmel mit Haaren, so, die Weiße. Äh. Äh, das gehört aber dazu, Einkauf, äh, schneiden, Voice-Over. Gäste einladen, ne, ne, das, das kommt ja noch. Aber kochen, Sachen zum Spot transportieren, Jungs zusammentrommeln, äh, all, all das, äh, Gäste, äh, über Insta kontaktieren, bla, irgendwie, irgendwo. Ja. Video drehen, essen, und dann kommt Schnitt. Ich glaub, Deutsche könnten das, also, richtig Deutsche könnten das, was du machst, generell schon mal nicht machen, weil, äh, wenn du sagst, äh, kannst du Christian, Stefan und Thomas aber Bescheid sagen, dass wir zu fünf wieder mit Anorak im, äh, sagen die so, ne, es ist so kalt, es ist doch. Nein. Doch, es ist so kalt, es ist so kalt draußen. Du redest aber von, du verwechselst Deutsche mit Gesellschafts, die sind nicht nur Gesellschaftsschichten. Ja, voll. Ich mein, Parade-Deutsche. Bei uns im Blog sind auch Deutsche. Ja, ich mein, Parade-Deutsche. Ich mein, keine Deutsche, die mit Kalex-Filmen sind. Bruder, wenn, 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 wenn einer von unseren deutschen Jungs, der jetzt mit uns am Blogschild im Anorak, weil's kalt ist, äh, 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 Fußball-Nationalspieler wird, dann ist er doch auch ein Parade-Deutscher. So. Das ist geil. So. Ich lern hier noch was. Ich werd hier noch richtig geschoolt. Das ist geil. Hat nichts mit Deutsch zu tun, ne? Ich verstehe aber, was du meinst. Ja. Ich verstehe. Ich weiß es auch und ich find auch geil, dass du mich belehrst, weil ich, äh, hab gestern, ne, heute hab ich den, ne, ähm, am Samstag war der Felix hier, der meinte auch so, der Samuel ist schon kritikfähig und ich mein, so, meine Community oder meine Leute denken, ich bin der Unkritikfähigste, den es gibt, Kritikunfähigste, den es gibt, weil ich höre nur auf mich, aber wenn mir jemand was sagt, was Sinn macht und der selber was kann, so, dann hör ich mir das gerne an. Und das ist krass. Ich werd hier grad, ich werd hier grad wirklich belehrt und fühl mich auch ein bisschen dumm in meinen Aussagen und werd das demnächst auf jeden Fall auch, äh, kappen. Hauptsache, du schneidest das nicht raus. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Ey, machst du hier nicht. Nee, nee. Muss auch nicht sein. Also auf Marvin nochmal und seine Weeby. Aber, äh, was war der, war der Punkt, was du mit Deutsch, worum ging's jetzt? Ich weiß, es ging darum, dass du, ähm, du sagst, okay, also du bist der Protagonist, du bist der Hauptdarsteller, so. So, und einfach fünf, sechs Leute sind immer am Start und supporten die Hölle daraus. Und die spielen nicht mehr eine Rolle, die sind aber nur da, sind fürs Bild geil. Und die machen das. Die spielen eine große Rolle, weil die, wenn ich alleine im Hof stehen würde, dann, klar, also, äh, ohne jetzt jemanden hier verletzen, weil das sind trotzdem meine Jungs, das ist meine Hut, ne, so, das ist um, das ist um, das ist umgeschöner. Aber die machen das Bild geil. Und vor allem, weil es immer dieselben sind. Ja. Finde ich sehr wichtig für meinen Punkt. Aber natürlich, wenn wir jetzt mal ganz eiskalt eklig sind, ist es natürlich, äh, Statisten kann man austauschen mit sich, so, ne. Ist aber, äh, ist nicht der Vibe, den ich mag. Und das ist auch nicht dein Ding. Genau, ich bin, ich bin in der Rund. Da wirst du ja ganz so wohlfühlen. Ich wohne immer noch da, wo ich gewohnt hab, äh, ich wohne noch in meiner ersten Wohnung, die ich, äh, 33 Quadratmeter, da hab ich meine Ausbildung angefangen. Ich wohne immer noch in dieser Scheißwohnung. Ja. Also ich bin immer... Aber warum? Ja, weil ich bin so, keine Ahnung, man, so, ich hab keinen Bock auf diese Wohnung, aber ich hab noch weniger Bock irgendwie, äh, so meinen Arsch zu bewegen und Papierkram und suchen, das, das ist so meine absolute Schwäche, das ist Papierkram. Wie ist dein Umgang mit Geld? Äh, 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 nicht gut. Also meiner ist, äh, Katastrophe. Also ich versuch jetzt, ich versuch jetzt wirklich, ähm, was heißt ich versuch, ich mach das ab jetzt, seit diesem Jahr hab ich mir vorgenommen, von, äh, jeder Summe, die ich einnehme, 10 Prozent, lege ich zur Seite. Mhm. So, konsequent. Aber nach Steuer oder? Vor Steuer. Weil, äh, scheiß drauf, 10 Prozent, ich kann danach immer noch alles, danach geh ich ja mit Steuern, äh, Dings. Ich hab Geschäftskonto, Privatkonto, wenn ich jetzt von meinem Geschäftskonto 1000 Euro auf mein Privatkonto ziehe, ja, dann nehm ich, dann brauch ich 1,4. Mhm. So denk ich. Mhm. Ich nehm 1,4, 400 lege ich zur Seite Steuer, 1000 gehen auf mein Dings, dann hab ich schon die Steuern zur Seite gelegt. Ich sag 40 Prozent großzügig, ich hoffe, dass weniger ist und ich am Ende so ein bisschen was übrig hab. Hoffentlich auch nicht, weil 40 Prozent heißt, ich verdiene sehr viel dann. Ja. So, dann lieber diese 40 Prozent, aber, äh, es muss ja privat, also ich versuch natürlich auch viel über das Business zu machen, so. Naja. So, ich hab den Segen, dass ich, äh, äh, business tätig bin. Aber wie kann man sich deine, deine, äh, Geldannahmequelle vorstellen? Weil du bist jetzt. Ich hab Kooperationen bis jetzt. Aber du bist, du bist ja kein, du bist ja kein Werbemongo, der jetzt wirklich jedes Video bewirbt. Wie bewirbt? Du hast Kooperationen, aber der Große, fast jedes Video ist Werbung, Bruder. Ja? Ja, ich mach das nur so, dass man's nicht merkt, Bruder. Okay, krass. Ich verkauf die, guck mal, das hab ich gesagt schon, bevor ich meine erste Kooperation hatte, als ich angefangen hab, hab ich gesagt, guck mal, das ist geil, weil ich mag keine Werbung. Wer mag Werbung? Ich mag Werbung. Ja, ich, also warte mal, ich mag auch Werbung, doch, ich mag auch Werbung, wenn es so eine, so eine richtige, so, so Saul Goodman, äh, Dillshopping, so, so richtig dieses, so, weißt du, ich feier dieses, so aufdringliche amerikanische Werbung, so, ne, so, das ist Humor für mich. So, das mach ich auch gerne und setze auch manchmal gerne um, so in gewissen Sachen. Aber, ähm, die Werbung, die ich mache, ist, guck mal, ich, 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 ich mach ja Kochsachen. Und jetzt, Beispiel, hab ich einen Grill, den ich zum, dann mach ich halt Werbung für den Grill, aber ich brauchst du mir für das Rezept. Das ist so unterschwellig. Genau. Oder, äh, äh, die letzte Werbung, die ich gemacht hab, zum Beispiel, war für so Nüsse. Ja? Ich hab einen Salat gemacht mit Entenbrüste und Nüssen. Okay, tamam, ich krieg Geld von denen, die die Nüsse bringen, aber das Rezept ist ja das Rezept. So, wer soll jetzt sagen, äh, der ist hier Nüsse, Nüsse, Nüsse und das war's. Nein, man, ich, du kriegst, du baust einfach nur so ein, und dann nehm ich die Nüsse von, und das reicht. Erstmal kriegst du was von mir, und ich nehm mir, was ich zurückkriege, von woanders her. So, von mir kriegst du ein Rezept, ich krieg von dir die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit schuld die Firmen ran, die mir dann wieder Geld geben, so. Verhandelst du selber mit denen? Machst du alles an deinem? Nee, ich hab meine Leute, die das machen. Also mehrere Leute, oder was? Ja, es ist halt so ein Management, das sind aber mehrere, die machen das. Okay, aber, äh, wie ich dich jetzt wahrscheinlich einschätze, jetzt keine Agentur, sondern wirklich Leute, denen vertraust? Nee, das ist eine Agentur, DK71, DK71, die machen das ja, äh, aber es sind auch Leute, denen ich vertraue, auch, äh, coole, so, weißt du, also. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach mit so 40- bis 60-Jährigen, mit so einer Agentur zusammenarbeitest, die dann irgendwie sagen, äh, Gio, äh, Gio19, Szenen, wir haben uns vorgestellt, dass wir mal ein Sonnensmüssen. Mit denen, wir haben schon lustige, lustige Abende. Okay, solche Leute. Klatschköpfe. Aber, äh, Klatschköpfe, ja, ja, so, man, äh, aber, aber nicht Klatschköpfe in dem Sinne, wenn es um Arbeit geht, sind die sehr professionell. Ja. Also, wie du. Ja, so, so, ja. Ich hab mir hier vorhin, ich hab mir eben vorhin auch erzählt, ich dachte mir so, okay, ich kenn ihn aus Frankreich, dann hab ich ihn noch ein, zwei Mal gesehen. Ähm, aber ich weiß eigentlich gar nicht zu 100 Prozent, ob der jetzt um 19 Uhr hier ist. So, und du warst, äh. 19.04 war ich da. So, 19.04 war er da, äh, hab ich gesehen, Insta-Story, der macht sich vorher noch schick, hast du dir diese Nasen, äh, wie heißen die Dinger überhaupt, Alter? Diese, diese. Kuh-Tipps? Ja, Kuh-Tipps mit irgendeinem Kleber dran, dass du Nasennaße rauszieht. Wachs, genau. Äh, jetzt bin ich der ungebildete, safe. Sowieso. Bruder, ich weiß auch nicht, wie das heißt, Kuh-Tipps mit Wachs oder so, weil ich weiß, was Wachs heißt. Ist, Kuh-Tipps mit Wachs ist der professionelle Ausdruck, genau, und dann mach ich mir so, hoffentlich macht ihr es schön für den Podcast und du bist ja auch, äh, sehr schön hergekommen. Dankeschön. Äh, Pro-Homo an der Stelle. Ja, Full-Homo. Hast du so, hörst du ab und zu mal den Animus-Podcast? Nee, gar nicht. Nee? Hörst du den Bushido-Podcast? Nee, gar nicht. Womit berieselst du dich? Drogen, Alkohol. Ja, aber was guckst du? Guckst du irgendwas? Ähm, boah. Boah, manchmal Netflix guck ich so Dings wie, äh, äh, Gomorra, Gomorra, diese Serie. Ja, ich gar nicht. Ist geil, guck dir an, ist so Mafia-Serie. Ist gut, wirklich. Ist, 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 ist gut. Okay, aber muss ich das nicht konsumiert haben oder kann ich dir auch nüchtern gucken? Äh, 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 ja, du kannst nüchtern gucken, glaube ich. Wie lange du überlegt hast. Ja, weil ich nicht nüchtern gucke, aber so. Aber bist du der, äh, bist du irgendwann mal komplett nüchtern? Morgens? Nee, aber bist du mal... Ich wollte gerade so... Ja. Ich wollte gerade so fragen, wie... Wie viele Tage, also wie viele Tage bist du noch so komplett nüchtern? Morgens? Ich war tatsächlich die letzten, äh, äh, die Wahrheit. Äh, nee, ich war die letzten, äh, vier Tage, glaube ich, komplett, äh, trocken und hab auch, ich glaub nur ein Joint geraucht oder so. Aber ich war auch krank. Ja. So, und dann hab ich auch... Daran lachst du? Äh, ja, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwas brauche, äh, weil ich sonst, äh, äh, den hier bekomme. Ja. Aber ich trinke halt gern Bier, ich rauche gern Joint so und, äh, auch manchmal so, äh, äh, Merkel. Äh, äh, ja, klar. Ja, da muss auch nicht ins Detail gehen, Jugendamt und... Ja, äh, äh, nee, auf jeden Fall, ähm, Leben macht Spaß, was soll ich dir sagen? Das ist krass, weil ich will noch, äh, bevor wir gleich so halbwegs zum Abschluss kommen, ähm, erstmal will ich kurz sagen, ähm, ich glaub, ich hab mich in meinem eigenen Podcast auf jeden Fall so ein bisschen blamiert auch. Nee, aber ich hab mich gar nicht blamiert, sondern ich hab eigentlich nur noch, ähm, klar gemacht, was für eine, äh, festgefahrene, oberflächliche, äh, deutsche Sau ich bin. Und ich bin aber voll, ich find aber voll schön, dass ich das so, ähm, von dir auch nicht mehr so aggressiv, sondern so einfach so anhand von geilen Antworten ins Gesicht zurückbekommen hab. Das ist für mich auf jeden Fall ein krasser Lerneffekt so. Und, ähm, ich will sagen, ich hab dich an Frankreich kennengelernt und danach noch ein bisschen und, ähm, ich, ähm, klar gibt's Sachen, die sind zu verurteilen, so, was man früher gemacht hat, obwohl das vielleicht entschuldbar ist, so. Aber ich find krass, ähm, also ich find, ich find, du bist ein krasser Typ und ein krasses Produkt im Sinne von Mann, äh, Vater sein, daherkommen, das machen, real mit seinen Leuten trotzdem sein, einen geraden Weg einschlagen, Kooperationen machen, ähm, Pläne für die Zukunft haben. Und ich hab, ähm, ist jetzt ein harter Übergang, aber ich hab zum Beispiel, ich hab 2012 auf Mallorca gearbeitet und da kam so ein kleines blondes Mädchen an, die kam aus Österreich, aus dem Dorf, das hieß Hippbach. Christina, ist ein Schwesterchen von mir und ich hab, äh, an der hab ich am meisten gefeiert, dass die in diesem 200-Seelen-Dorf aufgewachsen ist und für sich irgendwann gesagt hat, so, weißt du was, das ist nix für mich, ich muss das und das machen. Und ich glaub, ich glaub, das ist voll schwierig, weil wenn du, äh, wenn du von klein auf so eingebettet bist in die und die Strukturen, klar, auszubrechen, ist voll schwierig. Und das hast du ja gemacht, aber ohne komplett zu brechen, sondern immer noch denselben Vibe zu versprühen, teilweise mit denselben Leuten zu sein und ein komplett authentisches Ding an den Start zu bringen, wo dich keiner verficken kann, da, da, das ist das crazy, Alter. Ja, aber der Weg dazu ist einfach, dass, also nix, nix, niemandem erstmal was wegzunehmen oder niemandem zu schaden dabei und, ja, gerade zu bleiben, dann respektieren dich auch die Leute, äh, ja, was heißt, die Leute, so bekommst du Respekt, wenn du einfach gerade bleibst, zu dir selber treu, so, wenn ich sag, ich mach nicht mit bei irgendwas, dann mach ich das nicht so. So, und er will dir jetzt sagen, äh, ja, dann, äh, verpiss dich, so, kommt ja drauf an, wenn du jetzt in irgendeiner Struktur bist, eine Bandenstruktur, wo es nur darum geht, weil es nie war, so, ne, das wird man auch nicht verwechselt. Wenn du da nicht mehr mitmachen willst, keine Ahnung, wie das ist, so, so, aber wenn du gerade bist und sagst, das sind ja nur die Jungs aus meiner Hütte, ob da jetzt jemand was Krummes macht oder nicht, äh, ob man mal was zusammen gemacht hat oder nicht, sind andere Sachen, aber man, im Endeffekt sind wir Nachbarn, so, und das Wichtige, in der Nachbarschaft ist, dass man klarkommt miteinander und am besten kommst du klar, wenn du in erster Linie deinen Standpunkt, also das, wofür, was du für dich willst, äußerst. Ja, so. Aber da musst du erst mal hinkommen und für mich ist es auch, wie ich gerade schon immer merke, so durch Nachbarn ist es für mich das ganz anderes. Du, du musst erst mal wissen, was du willst. Ja. Und dann musst du keine Angst haben, das zu äußern und dir soll ja auch scheißegal sein, ob du irgendwen in deinem Leben verlierst, äh, nur weil, äh, der damit nicht konform geht. Mhm. Konform geht. Was kannst du sagen? Ja, hättest du, bist nicht schneller gesagt. Weil er damit nicht konform geht, so, ne, äh, dann, 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 sei dankbar, so. Ja. Dann hast du jemand, äh, äh, bist du jemand los? Der nicht mitzieht, ja. Nicht, der nicht mitzieht, scheiße, du musst nicht mitziehen. Du musst einfach, äh, akzeptieren, wie ich bin. So oder so, und dann damit klarkommen, so, und wenn man was Positives macht, wie ich das mache jetzt, also ich mach ja nicht, wer soll jetzt kommen und sich mit mir streiten wollen? Es gibt keinen Grund. So, es gibt keinen Grund? Glaub mir, ich suche, aber es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, weil ich mach Essen, jeder muss essen. Ja. Äh, klar gibt's, äh, irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche Nazis, denen gefällt nicht, wie ich rede, dass wir Kanacken sind und draußen grillen. Und natürlich, die wollen, äh, sich dann streiten, aber das ist, das ist kein Streit, weil die sind nicht in der Nachbarschaft, die sind... Nee, die können auch nichts ausrichten, Alter. Nee, die können schon was ausrichten mit dem Baseballschläger, wenn, wenn ich, äh, irgendein Revier komme, aber da geh ich ja nicht hin. Ja. So, ne? Äh, einfach, einfach gerade bleiben und dann... Machen wir so, das ist Schlusswort, Alter. Das ist Schlusswort? Komm, wir reden noch. Ja, hast du noch irgendwas? Willst du mich noch was fragen? Äh, was ist der? Hast du noch Fragen an mich? Hä? Was ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Krebs, ich bin am 4.7.83 geboren. Krass, krass, krass. Ja. Was ist dein Aszendent? Das interessiert einen Totenwald. Ich weiß es selber nicht, ich weiß es nicht. Das ist immer... Also, Sternzeichen ist so schlimm, dass immer 50-50, äh, atmest du manchmal ein, aber auch aus, äh, bist du manchmal emotional, aber manchmal auch kalt. Ja, er trifft auch jeden Menschen. Ja, 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 so. Das ist so grausam. Aber gute Business. Ich lüge auch, ja, super Business, Geldmacherei des Grauens. Und ich lüge auch immer, wenn mich jemand fragt, lüge ich. Wie? Mit Sternzeichen? Mit Sternzeichen sag ich Witter oder irgendwas. Also, eben gerade nicht gelogen? Nein. Weil ich weiß, du bist nicht auf dem Film. Ah, okay. Ja. Aber wenn ich immer mit Frauen rede oder mit irgendwelchen Typen, die sich denken, okay, ich will irgendwas deuten. Was bist du für Sternzeichen? Welcher Typ fragt dich nach Sternzeichen jetzt, abgesehen von ihm? Ich habe mit solchen auch zu tun, deswegen die Fragen und dann lüge ich auch. Ah, du hast Neuendorfplatz gewohnt, stimmt. Ach so. Und ich habe auch Homies in Düsseldorf. Genau, sag ich immer so Witter. Ah, ja, klar, weil, klar, macht das ja nicht mehr, aber Krebs. Aber ihr seid auch emotional. Ja, welcher Mensch denn nicht, Mann? Geht doch um den Grad, Alter. Also, ich hasse, also, ich habe so eine riesen Aversion gegen Sternzeichen, Glaubenssachen und so Karma und sowas alles. Karma, glaube ich. Ja? Ja, schon. Aber ich finde Karma... Aber jetzt nicht hier mit Karma aufladen, Punkte sammeln und... Karma ist nur Logik, Alter. Ja, kannst du auch Logik nennen? Ja, ich nenne es Logik. Ja, Thomas. Aber warum kann ich jeder Logik nennen? Warum müssen die Karma daraus machen? Warum ist es wichtig, wie man es nennt? Weil Logik ist straight definiert. Karma ist sowas, das könnte auch sowas sein, aber Logik ist Logik und ich mag es halt lieber so gerade. Ja, aber gewisse Sachen, karmatechnisch, sind nicht mal unbedingt logisch. So, manchmal passiert dir halt scheiße. Zufälle. Es gibt Logik und es gibt Zufälle. Zufälle glaube ich nicht unbedingt dran, ja. Es gibt keine Zufälle. Naja, das ist auch Logik, nur... Nee, Zufälle sind keine Logik. Durch sehr viele Umstände verknüpfte... Ja, so ein Mini-Prozent an Möglichkeiten, die so krasse Zufälle sind. Auch übernatürlich. Aber wenn du... Auch übernatürlich. Ja, ich weiß, ich rede damit... Aber nimm mal ein Beispiel. Nimm mal ein Beispiel für Übernatürlichkeit. Ich habe Sachen geträumt, die sind am nächsten Tag eingetreten, ohne dass... Wie zum Beispiel? Das ist was Krasses, komm. Das würde ich nicht erzählen jetzt. Okay. So gut, weil wenn du was Krasses erzählst, jetzt hätte ich immer gesagt, das ist auf die Drogen zurückzuführen. Um das zu diskreditieren. Ich habe mal einen ganz krassen Zufall gehabt. Das war das Krassste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und ich kann mir das bis heute nicht erklären, aber es wird kein Karma gewesen sein. Ich bin auf der Zugfahrt, jetzt ist neben einer Frau, die ist so Lehrerin, ich habe die während der Fahrt kennengelernt, weil die Arbeiten korrigiert hat und ich bin ein Klugscheißer. Ich meinte so, da hast du was übersehen. So, ich fahre nach Regensburg, die fährt nach, weiß es nicht, München oder irgendwas, schießt mich tot. Und ich steige auf der Zugfahrt zurück ein und die ist im selben Zug. Das war's. Ja, okay. Krasser Zufall. Kein Karma, krasser Zufall. Kein Sarkasmus? Nichts über, nein, nichts Übernatürliches, nichts, oh mein Gott, wie soll ich mir das erklären, das ist, und... Ja, aber warte mal, ihr seid zusammen auf der Hinfahrt im Zug und dann auf der Rückfahrt seid ihr zusammen im Zug. Beide. Ja, Hinfahrt auch, also ihr seid auch so... Aber unterschiedliche Ziele, das ist das Krasse. Ja, unterschiedliche Ziele, aber sie ist auch mitten in der Fahrt wahrscheinlich eingestiegen, also sie hatte ihr selbes, ihren Bahnhof, wo sie eingestiegen ist und wieder aussteigt. Du hattest deinen Bahnhof, wo du einsteigst oder auch nicht. Und wir saßen wieder nebeneinander, das ist das Ding. Achso. Und da habe ich das Einzige, was ich gefragt habe... Hast du sie kennengelernt? Nein, nicht. Hättest du vielleicht. Nein, das Einzige, was ich gefragt habe... Das Einzige, was ich hinterfragt habe, ist das Buchungssystem von der Deutschen Bahn. Ich dachte mir so, okay, wenn man vielleicht gleichzeitig bucht, vielleicht haben wir noch zum selben Zeitpunkt gebucht. Suchst du diesen Sitzplatz nicht selbst aus? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt ja. Fährst du 1. Klasse oder 2. Immer 2. Ich kann nicht erst... Vielleicht kann ich mich nicht leisten. Die KC ist doch kein Scheiß. Kann ich mich leisten. Wie, du kannst dir nicht leisten. Für mich ist ein Traum... Für mich ist ein... Nicht ein Traum, aber so ein Steppingstone, so wirklich ein Meilenstein in der Karriere ist für mich eine Bahncard... Eine Bahncard 100. Erste Klasse. Ja, 7500 Euro. So. Ja, okay, aber... Ich fahre so oft, dass ich jedes Mal 1. Klasse fahren, ist unmöglich. Ich fahre immer 1. Ja, wie oft fährst du im Monat? Schon ein, zwei Mal, Minimum. Aber du, ähm... Ich bin ja bei einer Agentur, die meine Fahrten bucht. Ja, dann bezahlt die noch was. Darauf wollte ich hinaus. Marvin, wenn du das hier hörst. Digga, 1. Klasse ist schon ein mieser Unterschied. Ich weiß. Also, Digga, gib mir Hotelzimmer. Äh, ist mir egal. Undöte, aber 1. Klasse fahren. Ja, Digga, Beinverein. Aber in der 1. Klasse, guck mal, da kommt wieder dieser Komplex... In der 1. Klasse läufst du dann durch und bist so... Alle denken so... Fick doch drauf, was alle denken, Digga. Fick doch drauf, was alle denken. Das hätte ich so gerne. Fick drauf, was alle denken. Ey, ich fick auch nicht manchmal. Manchmal denke ich mir auch, was alle denken. Ja. Aber wenn ich dann so denke, dann fange ich an, mich daneben zu benehmen. Dann mache ich extra... Dann drücke ich denen noch diese... Du denkst nur von mir... Du machst das so verkappert. Ich mache das so mit den Leuten. Ja. Mache ich wirklich das Sofa kaputt? Ja, du machst... Ich weiß es nicht, aber das zeigte mich voll auf, dass du die ganze Zeit da rumfummelst. Ich fing an das... Ja, ich merke das schon. Sorry. Äh... So zu dir... Aber was ist bei dir dieses... Scheiße, was sollen die jetzt von mir denken? Hast du überhaupt irgendwann mal? Ja, so... Wenn ich um 8 Uhr morgens den Walk of Shame nach Hause antrete... Ja. So, und meine Nachbarn gerade rausgehen zur Arbeit... Und ich mit so einer Alkoholfahne so in den Haus... Aber du verkörpert hast aber den Walk of Shame. Du siehst ja so aus wie Walk of Shame. Dankeschön. Auf jeden Fall. Du siehst nicht vernünftig aus nach dem Motto, was... Ja, aber es sind meine Nachbarn so, weißt du, das sind so meine Nachbarn, die kennen auch meinen Sohn. Dann ist es mir so... Okay. Also das ist mir... Wo ich mir denke, was denken die jetzt von mir? Ja. Aber das sind halt so 5 Minuten Treppenhaus, in denen ich meistens auch gar keinen treffe. Ja. Und sonst steuerst du gegen, wenn du merkst, okay, was denken die von mir, dann übertreibe ich richtig. Ja, das ist vorgekommen. Aber im Endeffekt denke ich nicht mal so. Also... Warum soll denn jemand irgendwie was von mir denken? So, ich meine, ich bin ja jetzt nicht... Ich sitze ja nicht jetzt hier 1. Klasse mit einer JBL-Box und Haftbefehl. Nee, aber du siehst so aus, wie du aussiehst und du bist ja immer so angezogen, wie du angezogen bist. Ja, aber das ist... Ich meine, ich ziehe mich ja so an. Ja, aber davon sitzt du weniger in der 1. Klasse. Ja. Ich sitze in der 1. Klasse, Bruder, weil die Sitze gemütlich sind, weil ich da ein bisschen meine Ruhe habe, so, da nicht 10.000 Kinder rumschreien, das nicht eng ist, man hat eine eigene Lehne. Bei 2. Klasse musst du immer mit so einem Hohen und die Lehne sitzt. Das ist immer diese... Wie ist die Regelung? Mit der Lehne? Mhm. Und der 1. gewinnt. Ja, ne? Ja. Der 1. gewinnt. Und nimm deinen Arm nicht runter, weil sonst ist meiner... Ja, ja. Muss aufpassen. Nee, ich bin rücksichtvoll, ich kämpfe da jetzt nicht um. Aber wenn einer... Hast du in der 1. Klasse manchmal auch fette Schweine neben dir in der 1. Klasse? Nee, ich versuche immer diesen Sitz zu buchen, der... Bei 1. Klasse gibt es diese Einzelsitze. Okay. Nur einen Sitz und dann ist es gang. Aber ich habe... Der Spandauer Ghetto-Junge erzählt im Düsseldorfer Gymnasium, da sagst du mir die 1. Klasse aus. Das ist so schön. Weil damit hat Geld nämlich nichts zu tun. Naja, Geld. Ist auch nicht so teuer 1. Klasse, Bruder. Ist nicht so teuer. Ich fahre jetzt nach... Doch, ist viel teurer auf jeden Fall als 2. Klasse. Bruder, ich fahre jetzt nach Stuttgart. Morgen ist für das Ticket 1. Klasse-Shop Hunni bezahlt. Ich zahle immer so 70. Ja, wow. Aber diese 30 Euro mehr wert sind es wert, so bei 5, 6 Stunden. Nee, aber ich bin ja Comedian. Und ich habe ja während der Fahrt auch noch... Kriege ich ja neues Material, weil ich Leute beobachten kann. Obwohl 1. Klasse könnte ich, glaube ich, noch geile Beobachtungen machen. Nein. Nein, passiert da nichts? 1. Klasse sitzen alle am Laptop. Okay. Ja, dann nicht. So. Aber ist geil. Ja, aber dann hast du doch deinen Grund. Den Grund habe ich nicht. Grund ist zu wenig Geld. Und 68.000 Steuerschulden. Finanzier mich. Ich glaube, jetzt können wir das wirklich beenden. Bei den Steuerschulden hat er keine... 68.000 Steuerschulden. Abonnier Synic. Wählen wir das Ganze. Abonniert Nestor. Nee, da... Abonniert Nestor, abonniert Gio. Braucht er wahrscheinlich eh nicht. Abonnier Eigentor. Und es war ein feuchtfröhlicher Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, andere Stücke sind verflogen. Oder war es noch länger noch? War schon ein bisschen länger. Machen wir noch schön. Handshake-Fail zum Schluss. So. Also. Reinig. Einzelne. Gib mal Feuer. Ciao. Boah. Boah. Was sagst du dir, der war das jetzt? Vom Gefühl her? Vom Gefühl her, Dicker. Aber ganz kurz das Interview, ja? Interview, das Gespräch. Ja, boah. Ich würde sagen... Äh. Ich glaube, es war anderthalb oder so. Ja. Ich weiß, ob ich aber ans folgen konnte. Ich habe auch... Ich weiß, dass anderthalb ist, weil du hast ja deine Kameraleute gefragt. Machst du öfter so eine Show für die Kameraleute? Ja. Soll das authentisch wirken? Für deinen? Aber ich glaube, ich weiß ja nicht. Ich habe ja nicht gefragt. Ich weiß wirklich nicht, wie lange es ist. Aber ich würde sagen, anderthalb, nee? Nee, wir sind... 50 Minuten war erste Pause. Ja. Und jetzt war nochmal kürzer als die erste. Deswegen würde ich sagen, anderthalb. Ich werde aber nicht. Aber schön, dass mich auch... Hat Spaß gemacht, Dicker. Ja, ich sage dir ehrlich. Ich feiere das. Aber ich... Weißt du, wo ich ein bisschen Befürchtung habe, ist, dass die Leute... Dass das zu wirr war für die Leute. Ja. Ich glaube, es war sehr wirr. Aber ist egal. Also meine Leute mögen dieses... Ja. Ja, also die... Ich glaube, meine finden das voll interessant, mich mal in so einem Gespräch zu sehen. Und mir war es doch voll... Ich habe... Bist du schon... Machst du schon? Ich habe es nicht verfolgt. Ist ja nichts draußen. Ist noch nichts draußen. Alles neu, oder? Das ist die dritte Folge, die jetzt abgedreht ist. Neuigst draußen. Und dann wissen die Leute ja gar nicht. Nein. Sind deine anderen Gäste cool, oder? Also, cool, interessant. Hat euch alle... Cool. Cool, interessant. Aber Leute, mit denen ich reden will. Okay. Das ist wichtig. Das geht auch um mich. Also, ich bin jemand, mit dem du reden musst. Ne, mit dem ich reden will. Ich weiß es doch. Mit dem ich reden will, auf jeden Fall. Mir war voll wichtig, dass ich das am Ende nochmal klar stelle. Weil ich habe mich teilweise so dumm gefühlt. Also, ich habe mir wirklich so gedacht, okay, krass, Alter. Ähm, ich bin, ich weiß das ja auch, ich bin so festgefahren und so deutsch. Ich bin schon gar nicht, ich bin hart festgefahren. Nein. Sonst würdest du es ja nicht die ganze Zeit erwähnen, dass du da dich geirrt hast oder irgendwas oder dass du es cool findest, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ja, ich reflektiere schon, aber ich merke halt. Bist du auch nicht festgefahren? Aber in diesen, ja, da machst du recht, aber in diesen Äußerungen merke ich so, Mann, halt, das sind so, das sind so dumme Äußerungen teilweise, wo dann, du sagst so einen klugen Gegensatz, der so real ist und denkst mir so, Mann, ich sehe, das sah ich jetzt so doof aus. Aber ja, das ist einfach so, das ist so ein komplexes Ding aus der Jugend auf jeden Fall. Davor ist das. Ich glaube, aus der Kindheit, aus der Kindheit, 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 Kindheit. Nee, ach, aber war eine geile Folge, Digga, ja. Das habe ich auch Bock gemacht. Zeit ist verflogen des Todes und ich habe es auch so gefeiert, ich habe auch die Stories gefeiert und ich hoffe, ich habe mich zu blöde Fragen gestellt, dieses, weil mich interessiert dieses Straßending, interessiert mich so sehr und ich frage dann halt, ich tue dann halt nicht so, als ob ich das kennen würde, weil das wäre, meine Leute wissen ganz genau, ich kenne das nicht, Man merkt es ja auch, ob du das kennst oder nicht, das ist anhand schon der Fragen, die du stellst, weißt du, ich meine, das ist also nicht der Frage, sondern wie Fragen, man merkt es, das ist aber nichts Schlimmes, das ist sogar eigentlich was Gutes, sei froh. Ich bin auch neugierig, ich bin auch neugierig. Strafe ist auch nichts Schönen, Strafe ist schön, wenn du von da kommst und dich da zurechtfinden. Aber es ist schön? Es ist schön, weil wenn es die Welt ist, von wer man kommt und auf der man sich bewegt, ist man selbst verantwortlich, seine Welt auch schön zu gestalten, wenn das ist, was ich mache. Für mich ist es schön, aber es ist natürlich nicht schön, wenn du ein Läufer bist von jemandem mit 30.000 Euro Schulden und weiter ticken musst, weil du deine Schulden reinholen musst, dann ist Straße ist scheiße und die Rapper reden davon, als wäre das irgendwie krass, ziehen nach Berlin und... Aber hast du nie einen Song gemacht, um zu glorifizieren und Strafe nehmen? Doch, bestimmt, da war ich auch jünger und klar, auch gemacht so nur, aber es ist ein Unterschied, ob man von da kommt, ob man aus irgendeinem Dorf kommt, Mama und Papa kaufen dir jetzt ein Nordfeld-Outfit und du rappst jetzt hier von Ching und Ops, was jetzt heutzutage eine zu machen. Aber das erkennt ihr sofort, ich erkenne sowas gar nicht. Ob das echt ist oder nicht? Ich erkenne sowas null. Das Ding ist, traurigerweise, traurigerweise tatsächlich, erkennen dass auch einige nicht, die nicht von da kommen, aber so tun, als wären sie von dort und übertreiben, dann weißt du, ich meine, so Leute, die jemanden abstechen, dann ob sie kredibel sind, dann, so das Müll, so, ich habe noch nie jemanden mit einer Waffe verletzt, weißt du, ich meine, und ich habe auch nicht vor. Das brauchst du eh nicht mehr, Alter. Naja, was heißt, brauchst du nicht, ne, so, es gibt Momente, die jedem passieren können, da, da, da bist du dankbar, wenn du eine Waffe hast. Also, ne, ich habe keinen, ich trage keine Waffen, aber so, stell dir vor, keine Ahnung, da kommt so ein... Ich bin auch so ängstlich. Ne, dann erst recht ist es gut, wenn du dann... Das könnte ich gar nicht benutzen. Stell dir vor, da ist irgendwie ein Supermarkt und ein Amukläufer, so, der ballert rum und du hast auch nichts, aber dein Jackpot, dann rettest du Leben und dich auch... Das ist ein Szenario, Alter, das gibt es doch gar nicht. Natürlich gibt es nicht. Gott sei Dank ist uns das nicht passiert. Boah, Alter. Das hat auch nichts mehr mit der Straße zu tun. So ein Amukläufer kann ja überall... Ich meine ja nur, es gibt Situationen, da bist du froh, wenn du eine Waffe hast, aber... Aber... Ich werde auf jeden Fall sterben, ohne jemanden, glaube ich, das Gesicht zu schlagen, es sei ja natürlich der... Hast du nie dich geschlagen? Nein, nein, nein. Du kriegst keine. Nein, 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 nein. Irgendwann. Krass. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, also ich könnte einen anderen Menschen das Gesicht schlagen, da muss schon jemand bitte meine Tochter anfassen oder meine Ex-Frau oder irgendwas. Ja, da ist es der Dicker, da wirst du zu rum, oder... Aber sonst bin ich voll fein damit. Ich habe letztens in Düsseldorf in Fire und da kam jemand an der Garderobe und der meinte, oh, du bist ein Szenik. Der hat mich... Erste Grunde war so, der hat sich gefreut mich zu sehen, dann ist ihm eingefallen, ich hasse den ja. Und dann hat er mich den ganzen Namen beleidigt, angerempelt und ich habe einen Kollegen da und der Kollege war jetzt auch kein. Aber der war so, der hat schon mal geboxt, aber der war kein... Den könnte ich, glaube ich, auch umhauen. Und der meinte, soll ich ihn irgendwann? Weißt du, nein, das ist doch... Und der Türsteher war auch ein Fan, der hat mir Dings ausgehebt. Ich hätte aus der Türsteher gehen können. Aber ich dachte mir, ich lasse den einfach. Und der hat mich den ganzen, also wirklich so eine halbe Stunde lang immer so... Ich habe andere Kollegen, ich weiß ganz genau, der wäre dann gefallen. Aber ich denke mir so... Ja, aber wie war es denn so innerlich? Hättest du Bock gehabt, oder? Ich hätte so Bock gehabt. Aber ich weiß nicht, wie... Dann hast du einen Kniff. Weil an sich... Ich weiß nicht, wie. Naja, deine Kollegen hätten auch geregelt, aber das... Eigentlich hast du es richtig gemacht. Ja, ich glaube auch. Aber wenn du richtig, richtig wärst, wenn es dich dann auch nicht gejuckt hätte. So, also wenn du sagst, Spaß, guck mal, er will die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit. Der rempelt hier, rempelt da. Mach dir noch einen Spaß draus am besten. Sagst du deinem Kollegen, guck mal, warte, gleich rempelt der wieder, der ist Spaß. Ja, ja. So, dann... Ich bin ja auch so, ich bin... Mich kannst du nicht mit so einem... Ich hätte aber zu Recht meine erste Faust verteilen können. Ja, zu Recht. Gegen jemanden, den ich auch geschafft hätte. So, aber ich habe mich trotzdem nicht getraut. Ja, weil du... Warum nicht? Hast du Angst vor dem... Ja, ich habe Angst vor Gewalt. Angst vor Gewalt. Angst vor dem, was du ihm machen könntest, oder Angst vor dem? Nee, ich habe nicht Angst vor dem, was ich dem machen könnte, ich habe nur Angst vor... Und was er dir dann tun könnte, falls ich damit ruhe. Es müsste mehr passieren, dass ich ausruhe, dass ich Ruhe sehe. Ja, aber das ist bei mir ja genauso. Dicker bei mir. Das hätte bei mir jetzt auch nicht unbedingt gereicht. Kommt auf die Situation an. Aber eigentlich... Also... Also... Ich regle aber die Sachen auch anders. Also... Früher auch? Eigentlich schon immer so. Also ich liege rein, als Jugendlicher war was anderes. Wie ich vorhin erklärt habe auf dem Podcast. Und das war so ein bisschen... Du musst auch irgendwo... Äh... Was heißt... So ein Ruf... So ein bisschen... Das gab es bei uns halt nicht. Ich kenne das nicht. Nee, es ist ja auch besser, dass du es nicht kennst. Keiner hat sich geboxt. Ja, also... Ich bin gegen Gewalt und ich rate an das keinem so gewalttätig. Um Gottes Willen, ich bin... Also nicht verdrehen. Aber es gehört zum Leben dazu. Ich glaube, ich weiß das auch. Ich weiß das auch. Und es ist egal aus welcher... Es hat nichts mit Straße zu tun oder irgendwas. Das ist einfach... Wir sind Männer. So und es fängt im Kindesalter an. Hast du dich als Kind noch nicht geschlagen? Nein. Hä? Nein. Hast du Einzelunterricht zu Hause gekriegt? Ich war immer... Ich war immer beliebt. Ich war immer der beste Schüler, der beste Sportler. Ich wurde nicht... Ich wurde nicht... Ich kam noch nie in Situationen. Echt? Ja, krass. Nicht mal beim Sport, sondern beim Fußball. Nein, beim Fußball gab es Zweikämpfe und man stand mal so... Aber da haut man sich ja nicht. Also ich habe ja relativ hoch gespielt, da boxe man sich nicht. Ja, okay. Äh... Nee. Ja, nee. Ich finde, das gehört irgendwo zum Leben. Ich habe mich auch jetzt... Warte mal... Jetzt sind wir mit 25 gespielt. Das ist acht Jahre her. Ja. Aber seitdem noch mal so... Kopf mal Kopf mit niemandem gestanden nach dem Motto... Was jetzt? Ich glaube, ich habe... Ich habe ein paar Jahre später noch mal jemand in die Fresse gehauen. Aber... Ja, aber das hat... Ja, ja, okay. Aber das war so eine Sache. Das ist indiskutabel. Da hat er... Der ist wirklich zu weit gegangen. Das zähle ich nicht. Das ist so eine Sache, was du gerade erwähnt hast, warum du sowas machen würdest. Ja. Genau so was ist passiert. Ja, okay. Dann... Keine Diskussion. Aber... Nee, so wegen... Die letzte Schlägerei war 2015. Da hat mir so ein Wechsel eine Kopfnuss gegeben von der Seite. Das war auch... Ohne Ansage. Ohne Ansage. Sucker Punch. So auf einer Weihnachtsfeier. Und ich war auch erst mal so benommen, aber nicht Knockout. Aber die hat richtig gesessen in meinen Nase... Was ist das für eine Weihnachtsfeier mit? Eine Baufirma. Er erklärt einiges. So und auf jeden Fall... Ja, hab ich ihm dann eine Passe ins Gesicht geworfen und gesagt. Nicht so schön ist danach auch. Aber das ist doch... Alter, das... Nee, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, aber... Nicht nehmen. Ich hatte die ja schon in der Hand. Nehmen ist ja, wenn ich dann den... Ja gut. Du weißt... Du weißt was... Nee, nee. Es war aber halt wirklich. Ich hatte das schon in der Hand. Wurde auch festgehalten, weil der wurde festgehalten und so... Ja. Ja. Seine Lippen waren rum. Ey. Ja, nee... Ich bin noch hier... Ich bereue das gar nicht bei dem. Und so. Weil danach hat er noch voll so heklige Sachen im Hinterrück. So... Vorm Anwalt. Er hat seinen eigenen Anwalt belogen. Von wegen, ich hätte ihm die Tasse von hinten... Nein. Einen Druck... Okay. Dann musst du deswegen auch vorgerichtet. Ich hätte mich auch entschuldigt, wenn du... Bauch... ...zugeben hättest. Dann weißt du... Der war das nicht meins. Nee, aber so ist es für eine Gegengewalt. Aber ich finde, das gehört irgendwo ein bisschen zum Leben und zu... ...der Natur des Menschen. Ähm... Ich weiß das noch. Ich bin mir dessen noch bewusst. Auf jeden Fall... Lassen wir es dabei. 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 Aber wir legen den Schlag mit. Ausdreicht. Wir wollen eigentlich nicht in die Kamera gucken, aber... Ich liebe dieses Mauer. Ich liebe das... Das lebe ich noch fast noch mehr als drin. Bis zum nächsten Mal.